Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 437, heute mit dem Personality-Podcast zu Rowdy Roddy Piper. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. So ein bisschen eine Premiere, oder es ist zumindest schon lange her, dass wir mal über einen Wrestler gesprochen haben, dessen größte Zeit ja eigentlich vor unserer aktiven Zeit als Wrestling-Fernsehzuschauer ist, oder? Ja, absolut. Also wir haben wirklich nur einen kleinen Teil von Roddy Pipers Karriere mitbekommen, die reicht ja bis weit zurück in die 70er und da waren wir beide noch nicht zugegen. Da waren wir doch im großen Teich, wie man so schön sagt. Aber Roddy Piper, jemand, der bis heute absolut bekannt, beliebt und mehr als populär ist und auch vor allem auch ein Vorbild für viele aktive Wrestler noch immer ist, Shaggy. Also wenn man sich mit Leuten wie NJF, CM Punk und vielen anderen unterhält, da ist Roddy Piper, gerade für die Art und Weise, wie er sich am Mikrofon verhalten hat, ein absolutes Vorbild. Ja, ganz klar. Also Mike war ja wirklich jemand, dem kaum jemand das Wasser reichen konnte. Da war großartig, gerade als Heel. Und er gilt ja auch gemeinhin als vielleicht einer der, wenn nicht sogar der, coolste Heel überhaupt aufgrund seiner Fähigkeiten am Mikrofon. Und gerade die Heel-Zeit, die haben wir ja gar nicht mitbekommen. Wir kennen ihn eigentlich, glaube ich, nur als Face, oder? Ja, es gab eine kurze Zeit bei der WCW, wo er als Heel unterwegs gewesen ist. Ja, ja. Aber das ist vielleicht nicht das beste Beispiel aus seiner Karriere, wenn man ehrlich ist. Das, aber diese Zeit wird gemeinhin, wenn man mit dem Spiel überhaupt spricht. Ganz bestimmt. Ja, aber tatsächlich, wir haben ja auch, also nicht nur in Vorbereitung hier, sondern auch einfach, weil größte Wrestling-Fans sind natürlich die alten Matches, die alten Vignetten, die alten Promos von einem Roddy Piper immer mal angesehen. Und da hat man schon gesehen, der war seiner Zeit Mike einfach auch voraus. Der war was Besonderes. Der hatte eine Ausstrahlung wie kaum ein anderer. Der hatte das unglaubliche Charisma. Und der war Mike einfach herausragend. Also dem konnte kaum jemand das Wasser reichen. Auch heute, aus heutiger Sicht, gibt es wirklich viele, du hast einen MGF angesprochen, die man mit ihm gerne vergleichen könnte, aber die noch lange noch nicht so weit sind wie er. Aber ein MGF ist auf einem guten Weg. Ja, und der war einfach absolut wegweisend. Das muss man hier schon mal ganz zu Beginn des Podcasts attestieren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich ja hier gegen gleich zwei große Konkurrenten in der Abstimmung durchgesetzt hat, Shaggy R. Wir hatten ja eine Abstimmung gemacht. Was machen wir im nächsten Personality-Podcast? Über wen sprechen wir? Und da hatten wir auch immerhin Brock Lesnar und Rey Mysterio in der Auswahl. Und ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Roddy Piper hier gewinnt, sondern ich habe gedacht, wir sprechen über Brock Lesnar und dann Roddy und Rey, die habe ich relativ gleich aufgesehen. Aber ich habe gedacht, allein aufgrund des aktuellen Bezugs, dass da Brock die Nummer eins wäre. Hätte ich auch gedacht tatsächlich, weil er im Moment auch immer noch einer der wichtigsten Wrestler ist, den die WWE quasi als Gastwrestler hat, aber den es gibt. Weil Mysterio ist in seiner Bedeutung sicherlich nicht mehr so entscheidend, aber gerade seine Karriere haben ja viele unserer Hörer verfolgt. Aber es ist ganz spannend, weil es ist ja auch bekannt, dass viele unserer Hörer gerne auch so mal die ganz alten Geschichten hören. Und die haben wir wirklich heute ein paar ganz, ganz alte Geschichten. Und das ist schon mal was Besonderes und finde ich einen besonderen Reiz unseres Podcasts auch. Ja, es ist glaube ich wirklich der bis jetzt älteste Wrestler, den wir hier im Fundus haben und ist natürlich auch für uns in der Vorbereitung ein bisschen herausfordernder gewesen, nochmal dazu schauen, was hat er denn gemacht. Auch bei ihm ist es manchmal gar nicht so einfach, weil er auch viele Auszeiten genommen hat, mal was anderes gemacht hat, mal sich auch vom Wrestling zurückgezogen hat. Deswegen, das ist eine interessante Karriere über einen sehr, sehr interessanten Menschen auch, der leider auch hier viel zu früh verstorben ist natürlich. Aber Shaggy, ich würde sagen, wir steigen einfach ein, oder? Ja, wir steigen einfach ein, denn es sind wirklich Jahrzehnte, die wir heute besprechen werden. Wobei wir tatsächlich, du hast es gesagt, er hat viele Auszeiten genommen und auch vieles, da konnten wir jetzt nicht intensiv Geschichten zu finden. Also ich kann sein, dass er trotzdem nicht so lang wird, der Podcast insgesamt. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Es gibt genug Geschichten, die man hier erzählen kann, vor allem eben auch über den Werdegang, den Roddy Piper gehabt hat. Das geht ja, wie gesagt, tief zurück in die Territory-Zeit. Aber er ist vor allem auch ein Mensch, der viele Facetten gehabt hat, nicht nur im Wrestling-Ring, sondern eben auch außerhalb. Und der, das gab ja lange Zeit das Gerücht, beziehungsweise in den 90ern weiß ich noch, dass man immer gesagt hat, ja, Roddy Piper, der ist ja Schotte, der Hot Scott, aber der ist ja eigentlich Kanadier. Er ist ja am 17. April 1954 in Saskatoon, Saskatchewan geboren, bürgerlich im Namen Roderick George Toomes, ist der Sohn von Eileen und Stanley Baird Toomes. Und er ist in Winnipeg, Minnesota, Winnipeg, Minnetoba, nicht Minnesota, aufgewachsen, war dort an der Schule. Sein Vater hat als Polizist bei der Nationalen Bahnvereinigung gearbeitet und ja, die haben da vermeintlich ein ganz gutes Leben gehabt. Aber Roddy Piper war nicht gerade das einfachste Kind, muss man vorsichtig ausdrücken. Der war zwar auch jemand, der sportlich begeistert gewesen ist, aber ist auch jemand, der schon in der Schule immer wieder angeeckt ist und auch mit seinem Vater angeeckt ist, Shaggy. Und der ist ja sogar aus der Junior-High damals rausgeworfen worden, weil er einen Klappmesser dabei gehabt hat. Ja, hat er mit in die Schule genommen. Der war kein einfacher Junge. Also da war auch jemand, der es immer sehr aus war, auch irgendwie einen Streit zu geraten mit anderen. Und dieses Klappmesser, was du angesprochen hast, hat er ja zur Selbstverteidigung dabei gehabt, zumindest hat er das sich so gedacht. Und er wollte, glaube ich, sich aber so, und das ist man in dem Alter, er ist es ja ganz normal, sich gegen seine Eltern so ein bisschen aufzulehnen. Du hast gesagt, sein Vater war Polizist und hat Sicherheits-, sogar in der höheren Position Sicherheitschef quasi hier bei der kanadischen Bahngesellschaft. Sagt man das? Ja. Ja, und da hat aber sein Vater dann eine Zeit auch härter dann durchgreifen müssen, um seinen Sohn ja auf die richtigen Wege zu bringen. Ja. Wir haben auch bei Roddy Piper wieder so eine ähnliche Laufbahn, wie wir es schon bei vielen anderen Wrestlern gehört haben. Auch er ist mit seiner Familie umgezogen, also sehr oft umgezogen. Also sie haben in The Pass angefangen, dann ging es weiter nach Dauphin, Port Arthur, Dawson Creek, Winnipeg, Montreal, Toronto und dann auch Glasgow, Melbourne waren sie auch mal zwischendurch. Also die sind unglaublich viel rumgekommen und das hat auch bei Roddy Piper seine Spuren hinterlassen. Er hat gesagt, wir sind ständig umgezogen und ich war immer das neue Kind an der Schule und ich bin immer gemobbt worden, ich bin zusammengeschlagen worden. Ich war immer der neue, ich musste immer erst mal meine Position finden. Also, Shaggy, diese Rolle des ständigen Umziehens und dieses Problem dahinter, das haben wir auch schon bei anderen Wrestlerinnen und Wrestlern gehört. Gerade bei Army-Familien zum Beispiel haben wir das auch schon mal gehabt. Und das hat ja auch bei dem jungen Roddy Piper seine Spuren hinterlassen. Genau, also das ist ja nicht nur bei Wild Westlern so, das ist ein generelles Problem, wenn du halt die ganze Zeit wirklich auch nie weißt, bleibst du jetzt wirklich hier, du baust dir neue Freunde auf, einen Freundeskreis und der wird dann wieder durchbrochen, weil deine Eltern wieder umziehen müssen, weil du wieder weg musst und so. Und das ist keine leichte Zeit, dann erst mal wieder neu ankommen, sich wieder neu etablieren und einfach diese, trotzdem mit dem Wissen, es kann sein, dass es bald wieder vorbei ist, keine einfache Zeit für so einen jungen Mann, ganz klar nicht. Ja, und wie gesagt, es gab zwischen ihm und seinen Eltern, speziell zwischen ihm und seinem Vater, gab es immer wieder Streit und der hat dann auch dafür gesorgt, dass Roddy Piper im Alter von 12, 13, da sind die Zahlen nicht so ganz genau, da gibt es ein bisschen Widersprüche, von zu Hause ausgebrochen ist, Shaggy, der ist weggelaufen und er sagt auch von sich selber in Interviews, wo er dann auch wirklich so ein bisschen emotional wird und Träne verdrückt, hat er dann gesagt, ja, ich war ein verlorenes Kind, also ich bin abgehauen und ich wusste nicht wohin und ich habe auf der Straße gelebt. Ein verlorenes Kind, was sich dann aber irgendwann dann doch gefunden hat und das ist dann auch wichtig, ich meine, solche Momente gibt es, aber im Endeffekt hat er sich dann mit seinen Eltern auch irgendwann wieder versöhnt und er hat ja dann auch eine gute Laufbahn eingeschlagen. Das hat aber gedauert, muss man dir mal sagen, also er hat mehrere Jahre auf der Straße, beziehungsweise dann auch in Jugendherbergen gelebt, unter anderem in Toronto hat er dann auf der Straße gelebt, zwischenzeitlich dann ist er in Jugendherbergen untergekommen und hat sich da quasi durchgeschlagen mit allerlei Nebenjobs und hat dann da eben auch so im Verlauf so ein bisschen die ersten Kontakte mit Wrestling geknüpft. Ganz wichtig, was er auch in Interviews gesagt hat, unter anderem in einer Dokumentation von WWE, Born to Controversy, die Roddy Piper Story, gibt es auf dem WWE Network, kann man sich die anschauen. Da sagt er auch, dass er, als er weggelaufen ist, seinen Dudelsack mitgenommen hat, weil Roddy Piper hat irgendwann Dudelsack spielen gelernt, hat sich das beigebracht und der Dudelsack hat für ihn so etwas wie Sicherheit und Heimat bedeutet, so wie andere Musiker sich vielleicht an der Gitarre festhalten zum Beispiel und da ihre Sorgen so ein bisschen vergessen, wenn sie Gitarre spielen. So war es bei ihm der Dudelsack und den hat er eben auch mitgenommen und der gehörte dann ja auch später, im späteren Verlauf noch zu seinen Markenzeichen, die er gehabt hat und er hat auch gesagt, wenn er den Dudelsack im Ring gespielt hat, da hat er sich immer sehr bei sich gefühlt, sagen wir es einfach mal so, da hat er sich sicher gefühlt und Shaggy, ich glaube sowas, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, dass dieser Dudelsack für ihn mehr gewesen ist, als nur ein Teil des Gimmicks. Genau, genau, das war für ihn total wichtig, das ist ja, Dudelsack, sagen wir mal so, ist nicht das coolste Instrument, aber trotz allem hat er an dem Dudelsack fest, also klar, für uns vielleicht schon, aber in diesem Alter ist es wahrscheinlich für die Mitschüler oder Freunde nicht unbedingt das coolste Instrument gewesen, aber es hat ihm Sicherheit gegeben, das war wichtig für ihn, das hat ihm aber auch so ein bisschen Heimat, das Heimatgefühl zurückgegeben, weil das war das Instrument, was er gelernt hatte und ich glaube, das hat ihm nicht nur Sicherheit, sondern auch so ein bisschen Liebe zurückgegeben, so ein bisschen das, wonach er sich gesehnt hat und deswegen war ihm dieses Instrument auch so wichtig, du hast es gesagt, er hat es mitgenommen, als er von zu Hause abgehauen ist, ist dann schon interessant, dass er daran denkt und das dabei hat, ich meine, es ist nicht unbedingt das kleinste Instrument. Du hast die Nebenjobs angesprochen, die hat er vor allem auch als Hilfskraft, als Aufbauhelfer, als Putzkraft, all so Sachen hat er, hat ihn dann aber auch zu lokalen Gyms gebracht, wo er dann auch ausgeholfen hat und da gab es dann die ersten Kontakte zu Wrestlern, denen er dann auch die Taschen getragen hat und so weiter und da hat er die erste Faszination zum Wrestling gefunden. Er ist sehr, sehr früh ins Wrestling natürlich auch reingekommen. Ganz kurz nochmal zu seinem Instrument. Ich finde auch den deutschen Begriff Doodlesack total dämlich. Das klingt halt auch so wie so ein, was ist denn das für ein Wort, Doodlesack? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil es einfach ja gesetzt ist. Ja, aber zum Beispiel Backpipe klingt für mich deutlich logischer als Doodlesack. Ja. Naja, egal. Aber ich finde ein Doodlesack übrigens ein ziemlich cooles Instrument. Also du hast gerade gesagt, das ist nicht so cool. Ich habe eine Freundin. Ja, ich finde es auch cool, aber findest du es als, wenn du jetzt heranwachsender bist und deine Freunde irgendwie E-Gitarre spielen oder sowas, dann kommst du, oh, ich bin mit in der Band, ich höre einen Doodlesack. Naja, also, ja. Ich habe eine Freundin, die spielt auch Doodlesack und ist hier schon mitmarschiert beim Karneval und so. Schöne Grüße an der Stelle, wenn sie das hier hört. Und ich finde das toll, wenn man sowas spielen kann. Und ich finde den Doodlesack, den finde ich ganz toll und ich mag auch die Musik. So, egal. Du mit deinen roten Haaren, aber egal. Genau. Kommen wir hier zu den wichtigeren Themen. Wir haben hier einen Roddy Piper, der sehr, sehr früh in das Wrestling-Business reingeschnuppert hat. Und wir sprechen hier davon, dass er eben so um die 15, 16 Jahre alt ist. gewesen ist, als er seine ersten Schritte unternommen hat. Und da kommen wir so ins Jahr 1900, wie sind jetzt so 1969, 1970, 71, 72. Da sind wir dann schon so in der Zeit, wo er dann langsam die ersten Schritte quasi gemacht hat. Und da fallen einige Namen in seiner Laufbahn. Und das ist zum einen Tony Condello, den wir hier haben. Der hat eine Wrestling-Schule in Winnipeg gehabt. Und der hat dann auch erzählt, wie er zu ihm gekommen ist. Er sagt halt, ja, Roddy war damals 17 Jahre alt, kam zu mir, wollte Wrestler werden. Und er hat es ihm schrittweise beigebracht. Und dann auch der Name kam da dann eben auch zustande. Und damit ist auch ein Leo Gerabaldi. Der ist auch ein Name, der da absolut wichtig ist. Weil der hat ihn unter anderem auch da von der Straße geholt quasi. Und da hieß es auch so, ja, du hast zwei Möglichkeiten, wie du jetzt lebst. Du lebst auf der Straße oder in der Jugendherberge. Irgendwann kriegst du Ärger mit jemandem. Du bringst versäglich jemanden um. Oder vielleicht auch mit Absicht. Du landest im Knast. Da wirst du vergewaltigt. Und dann wirst du umgebracht. Das hat man ihm wirklich so nahe gebracht. Und deswegen war Wrestling für Roddy Piper der Lebensretter. Das hat er auch immer wieder in Interviews gesagt. Er hat gesagt, Wrestling hat mein Leben gerettet. Ohne Wrestling hätte er nicht das Leben später geführt, was er gehabt hätte. Und ohne Wrestling hätte er vor allem auch nicht auf die rechte Bahn gekommen, sondern wäre wirklich auch von der abgekommen. Und das ist auch wiederum eine ganz wichtige Geschichte hier bei ihm. Und da muss man dann aber trotzdem sagen, dass er eine sehr, sehr schwere Laufbahn natürlich gehabt hat, Shaggy. Weil natürlich Anfang der 70er, da war das Wrestling-Business noch ganz, ganz anders, als wir das heute haben. Da kommt dann so ein junger Hüpfer, und da muss man ja wirklich sagen, das ist ja noch ein halbes Kind gewesen, kommt da an und sagt, ich will Wrestler werden. Und dann hast du aber natürlich die ganzen alten Veteranen, die haben den jungen Leuten damals das nicht erklärt, wie es funktioniert. Die haben die, ich sag mal ganz blöd, aber die haben die halt gequält und die haben die dazu gebracht, dass sie ihre Dues irgendwie abbezahlen. Also die mussten sich beweisen, dass sie hart genug sind, dass sie tough genug sind. Und das war bei Roddy Piper nicht anders. Nee, das war bei ihm natürlich nicht anders. Der muss, weil er auch ein bisschen schmächtiger war als viele in dieser Zeit, aber der hatte den Willen, der hat das auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall gesagt, ich möchte das machen, ich möchte Wrestler werden. Und hat da wirklich auch hart trainiert. Du hast Toni Kondela angesprochen, das war ja einer von vielen Trainern gerade in Kanada, der so eine kleine Wrestling-Schule hatte. Und der tat auch unter anderem, kennt man ihn in dem Bereich, eine Zeit als Wrestler, Toni Torpedo übrigens auch einer seiner Wrestling-Namen, angetreten. Hat da eine kleine Wrestling-Schule mit angrenzender Liga-Tonis-Championship-Wrestling gehabt. Aber ist hier unter anderem jemand auch wie Don Callis hervorgegangen. Auch der hat er kurzzeitig hier mit Toni Kondela trainiert. Also es ist jetzt jemand, der jetzt kein großer Name in dem Fall war. Aber da gab es schon einige Wrestler, die bei ihm trainiert haben. Aber es war nur einer von vielen Einflüssen, einer von vielen Trainern. Gerade in der kanadischen Szene hat er mit einigen anderen auch trainiert. Ja, also da waren einigen noch dabei. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Gene LaBelle ist da natürlich auch ein Name. Den kennen wir heute durch den LaBelle-Log. Und dort soll er auch den Schwarzgurt im Judo gemacht haben, bei ihm abgelegt haben. Das sind alles so Namen, die in der Laufbahn von Roddy Piper immer wieder aufgebracht werden. Und wenn man dann zurückgeht, auch da, es ist super schwierig. Damals gab es kein Internet. Es gab kein Internet, es gab keine Datenbanken oder sonst irgendwas. Sondern das meiste, über das wir jetzt sprechen, das gab es aus Interviews. Das gab es hier und da mal aus irgendwelchen Zeitungen. Aber es ist nicht so, dass man da wirklich auch so einen kompletten Fundus zurückgreifen konnte, wie man das jetzt heutzutage bei aktuellen Wrestlern und Wrestlerinnen tun kann. Der nächste große Name, der da fällt, ist ein Promoter namens L. Tomko. Nicht verwandt oder verschwägert mit Tyson Tomko natürlich. Und da führt er ja unter anderem sein allererstes Match, damals auch noch in sehr, sehr jungen Jahren natürlich, 17, 16, 17, 18, führt er ein Match gegen Larry Hennig bei der AWA unter anderem an. Und dafür soll er damals 25 kanadische Dollar bekommen haben. Und da hat er sofort gesagt, hey, 25 kanadische Dollar, das ist doch geil. Davon kann ich, wer weiß, wie viele Wochen in der Jugendherberge leben. Klar, das mache ich. Und was ich dann sehr witzig finde, er ist für dieses Match gegen Larry Hennig. Das ist natürlich der Vater von Kurt Hennig, von Mr. Perfect, der damals schon etablierter Wrestler gewesen ist, natürlich ein großer Star. Der ist damals von seiner Doodlesack-Kombo, von seinem Doodlesack-Ensemble zum Ring begleitet worden. Also erstes Match und dann kriegt er eigentlich einen Special Entrance, Shaggy. Wobei man sagen muss, er hatte davor, das war jetzt nicht für L. Tomko, L. Tomko war die Zeit davor. Da hatte er schon so ein paar Matches, aber das war dann auch wirklich so skurrile Sachen gegen Midgets, wo die involviert waren und so Sachen. Also sein erstes richtiges Match, was als Professional Wrestling Match bezeichnet wird, ist dieses Match gegen Larry Hennig. Und tatsächlich, du hast es gesagt, da gab es diesen Auftritt mit Doodlesack-Spielern und das war schon was Besonderes. Allerdings, das Match selber war, sagen wir mal so, der Eintunz war deutlich länger als das Match. Das gilt allgemein als das kürzeste AWA-Match in der Geschichte. Ja, das kürzeste Match in der Winnipeg-Arena, so heißt es offiziell. Und Roddy Piper soll damals laut eigenen Angaben nicht mehr als 150 Pfund gewogen haben. Also sprich, der war dann eher so meine Gewichtsklasse. Und Larry, die Ex-Hennig, der trug natürlich diesen Namen auch nicht zu Unrecht, hat ihn da sehr schnell umgehauen. Und Roddy Piper hat auch im Nachgang gesagt, ja, er kam dann Backstage, hat sich seine 25 Dollar abgeholt, hatte die Nase schief und krumm, weil einer von den Schlägen dann doch mehr gesessen hat. Und damit ging es dann los. Damit ging es dann los und hat dann in Winnipeg und in der Region sehr viel gerasselt. Und auch sein Name ist ja da entstanden, weil er wusste nicht, er hatte damals noch keinen Spitznamen, wusste nur, dass er von allen Leuten Roddy genannt wird, das heißt Roddy, der Name stand. Und dann hat der Ring-Enouncer damals gesagt, ja, hier kommt zum Ring 150 Pfund Roddy und hat dann die Dudelsack-Bläser gesehen. Roddy the Piper. Und daraus wurde dann Roddy Piper. Geschichtsfolge sollte ihn tatsächlich nur als Roddy ankündigen. Aber der Announcer fand die Idee witzig und hat dann spontan gesagt, hier kam's Roddy the Piper. Ganz genau. Und das war der Geburtsname von Roddy Piper. Weil Piper das selber total cool fand, soweit er sich erinnern konnte, weil das Match selber, das hat er ja nicht so gut überstanden. Nee, wie gesagt, gebrochene Nase und dickes Auge und so. Wir sprechen jetzt nicht über Healthcare oder sonst irgendwas. Also, das gehörte damals tatsächlich dazu. Also, die jungen Wilden quasi, die sind erst mal da durch die Mangel gedreht worden. Und Roddy Piper hat auch wirklich in Interviews gesagt, dass er schlecht behandelt worden ist von den anderen Wrestlern. Also, beispielsweise ist er mal an der Tankstelle ausgesetzt worden. Also, die haben zu ihm gesagt, hey, geh mal da, steck mal aus, hol mal für alle Sandwiches. Und die Halle ist hier gleich um die Ecke. Du kommst da einfach zu Fuß nach, ist ja kein Problem. Sind sie weggefahren? Ja, die Halle war 25 Meilen entfernt. Und dann muss er ... Aber er ist tatsächlich ... Sorry, da muss er laufen, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, da muss er laufen, genau. Aber er ist tatsächlich bei der EW geblieben für mehrere Jahre zu dem Zeitpunkt dann noch. Allerdings wurde er in der Regel als Jobber auch eingesetzt. Und diese Endpoints gab es dann nicht mehr so, wie es vorher gab. Und er hat sich dann einfach für die anderen hingelegt. Aber er hat da seine Sporen verdient. Ja, und das muss man wirklich ganz klar sagen. Also, ganz auf die Oldschool-Art und Weise. Harte Arbeit, sehr viel Schläge, sehr viel Schmerzen, wenig Geld. Ganz Zeit on the road. Aber ihm hat das dann eben geholfen. Und er hat wirklich diese ganze Territory-Zeit dann hier eben auch mitgemacht. Ist viel unterwegs gewesen. NWA Central States ist dann noch was dabei. Eastern Sports Association. Er war in Texas unterwegs bei Paul Bosch's NWA Houston Wrestling. Er war in Dallas bei Fritz van Eriks Big Time Wrestling mit R-A-S-S-L-I-N. Und dann ging es dann so langsam weiter. Vorläufer von World Class Championship Wrestling, nicht zu vergessen. Also, das ist schon Big Time Wrestling. Ist schon dann später eine wichtige Liga geworden auch. Genau. Aber es klingt halt eben ein bisschen witzig. Ja, so. Das ist jetzt quasi der Anfang. Also, hier hat Rodney Piper ordentlich drauf bekommen. Und hat sich wirklich seine Spuren verdient. Und dann kommen wir aber langsam zu den Bereichen, wo es dann wichtig geworden ist. Und da sind wir dann bei Mike und Gene Labelle's NWA Hollywood Wrestling. Und dann dazwischen auch noch, da haben wir auch noch so eine Phase gehabt, wo er in Portland unter anderem gerasselt hat. Da fing er auch 75 an. Und da fällt der Name Leo Geribaldi immer wieder. Und jetzt, Shaggy, jetzt hier merkt man, dass Rodney Piper, der war damals nicht der beste Wrestler. Das muss man ganz klar sagen. Also, der hat nicht schön gekämpft. Das hat sogar Jack Brisco in Interviews immer wieder gesagt. Dass halt, hey, wenn man Rodney Piper damals gesehen hat, dann war das halt ein schlechter Wrestler ohne Körper. Aber der hatte eine Menge Herz gehabt. Und der wollte das einfach. Und das hat sich dann hier eben auch durchgesetzt. Und er hat dann hier auch die Chance gehabt, als Bösewicht mal durchzustarten. Und wenn man ihm das Mikrofon in die Hand gegeben hat, was damals auch immer wieder, immer wichtiger geworden ist, dann hat man auch gemerkt, ja, aus dem, auch wenn er nicht besonders gut im Ring ist, auch wenn er noch absolut grün ist, aus dem kann noch was werden. Ja, und er hat es einfach gewusst, wie man das Publikum gegen sich aufbringen kann. Also, es war jetzt die Zeit 75, 76, wo er auch hier für, gerade für Gene LeBelle, viel mehr noch eingesetzt wurde. Und das als einer der Heels, als einer der Top-Heels. Einfach, weil er am Mic so richtig, richtig gut war. Kennst du die Geschichte, wo er vor dem mexikanischen Publikum, den mexikanischen Nationalhimmel, mit seinem Dudelsack spielen wollte oder sollte? Er hat es angekündigt. Stille im Publikum. Und dann fängt er an, La Cucaracha zu spielen. Und da gab es einen riesigen Aufstand im Publikum. Also, die Leute sind durchgedreht. Die waren so wütend und wollten den attackieren. Also, ein geiler Moment. Ja, das hat er ja diverse Male gemacht. Das hat er ja auch im späteren Verlauf. Das ist jetzt in Los Angeles, wo man natürlich eine große lateinamerikanische Community gehabt hat. Das hat er da gemacht. Das hat er auch später dann noch mal in Mexiko gemacht, als er dann die noch größeren Fäden gehabt hat. Und da ist er teilweise auch dann noch mit einem Esel aufgetaucht, der entsprechend dekoriert gewesen ist und hatte einen Sombrero auf. Und da hat dann auch das Publikum sich beschwert beim TV-Sender. Und dann haben sich die Organisatoren entschuldigt. Ja, das war nicht unsere Absicht. Und Jolly Piper hat dann dasselbe gemacht wie hier. Hat dann gesagt, hey, wir haben doch nächste Woche wieder eine Show. Ich kann bis dahin die mexikanische Nationalhymne lernen. Gib mir eine zweite Chance, ich mach das. Und dann kam er in den Ring, wartet darauf, dass es losgeht und sagt, bitte erheben Sie sich alle für die mexikanische Nationalhymne und dann spielt er eben La Cucaracha. Generell sehr viel von dem, was er damals als Hero Work gemacht hat, ja, wäre auch heute nicht mehr möglich. Es war sehr rassistisch zum Teil. Also er hat sehr viel mit Stereotypen gearbeitet, sehr viele Frauen beleidigt und sehr vieles, was heutzutage nicht mehr möglich wäre. Damals hat er es eben gemacht. Da sind einige Sprüche dabei. Wir werden gleich auf die Fehle mit Mr. T zu sprechen kommen. Auch da war einiges dabei, wo man aus heutiger Sicht wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber damals hat das mit zu einem der größten Heels überhaupt gemacht, weil er alle Gruppen gegen sich aufgebracht hat. Und die Zuschauer immer wieder gegen sich aufgebracht hat mit der Art und Weise, wie er sich hier präsentiert hat. Und Shaggy, da sind wir dann eben im Zeitraum 77, 78 inzwischen auch, was du gerade angesprochen hast. Und da ist auch dieser Rowdy-Charakter, der ist daraus auch entstanden, nämlich aus dieser Heel-Zeit. Und eine der großen frühen Fäden, gerade in Los Angeles, das war die Fäde mit Chavo Guerrero Senior. Ja, Chavo Guerrero Classic, wie er später nochmal irgendwie hieß. Aber auch mit seinem Vater, Cory Guerrero, also dem Vater von Eddie auch. Mit dem hat er auch dann eine Fäde gehabt, gerade mit der Guerrero-Familie. Und da gab es etliche, etliche große Matches, der beiden oder der drei in dem Fall. Es gab ja sogar dieses Herr-Match gegen Chavo Senior. Und da hat sich Piper das erste Mal auch den Kopf rasieren müssen, quasi nach dem Match. Und Loser-Leaves-Town-Match ist also eine große Fäde dort. Und nachdem er tatsächlich ein Loser-Leaves-Town-Match verloren hatte, kam er kurze Zeit später als Masked Canadian zurück. Übrigens auch eine Geschichte, die man später ja auch ein paar Mal nochmal aufgegriffen hat mit anderen Westlern. Genau, die beiden haben dann auch im späteren Verlauf noch zusammen geteamt. Gut, Enemies make better friends oder wie auch immer. Und er ist dann im weiteren Verlauf dann aus Kalifornien weggezogen. Und man hat dann immer mehr gemerkt, dass er eben, der wuchs einfach mit der Zeit. Und er ist immer bekannter geworden, hat die großen Fäden bekommen. Diese erste Fäde mit Chavo Guerrero Senior, die war extrem wichtig und ist dann eben nach Portland gegangen, Pacific Northwest Territory sind wir dann jetzt hier, hat dort beispielsweise mit Killer Tim Brooks und Rick Martell die NWA Pacific Northwest Tag Team Championship gewonnen, war damals auch Northwest Heavyweight Champion und hat sich da die ersten Sporen verdient. Und wir hüpfen jetzt hier wirklich durch die ganzen Territories. Das ist dann eben auch ganz spannend, weil wir sind jetzt schon in der Zeit, da ist er schon ein Household Name, oder Shaggy? Also er ist schon jemand, den kannst du nicht nur auf ein Plakat packen, aber mit dem kannst du auch Tickets verkaufen. Ja, tatsächlich. Das war jemand, der schon für Aufsehen gesorgt hat als Heal, einfach weil er am Mike so großartig war. Da gab es auch übrigens eine kleine Match-Serie, eine Fäde mit Buddy Rose in der Zeit bei Pacific Northwest. Und Buddy Rose ist jemand, den er auch schon auch jetzt länger kannte und mit dem er ja auch eine engere Freundschaft hatte. Auch jemand, der bei Al Tomko quasi auch mit trainiert hat, hat ihn das erste Mal getroffen. Also auch die beiden haben sich hier mal wieder Playboy-Buddy Rose, wie man ihn später noch kannte. Kleiner, dicklicher, blondierter Mann. Cooler Wrestler, ich mochte den in meiner Anfangszeit sehr. Und hier sind die beiden auch das erste Mal aufeinander getroffen, also in der Match-Serie aufeinander getroffen. Auch das ist eine coole Zeit, aber es blieb nicht bei Pacific Northwest. Nee, es ging weiter in der Mid-Atlantic und da wurde er noch größer eingesetzt. Genau, Fäden gegen Leute wie Jack Briscoe, Rick Flair, auch das. Also mit dem sollte er dann auch im späteren Verlauf noch mehrfach aufeinandertreffen. Die beiden haben gerade vor der Kamera natürlich super gut zusammen harmoniert. Die haben da richtig Geld gezogen. Die haben Tickets da verkauft en masse. Also waren riesige Namen. Das darf man hier echt nicht unterschätzen. Und wir dürfen auch nicht hier vergessen, dass er auch schon da, also wir sind jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er, dass er auch schon da ersten Kontakt zur WWF gehabt hat. Da gab es auch schon erste, ja, einen ersten Kontakt. Da hat er unter anderem gegen Frankie Williams gewrestelt. Hat auch da mit Freddie Blassie schon was gehabt, schon ein Segment gehabt. Und der Kontakt war schon da. Also da war schon der Weg auf jeden Fall geebnet. Aber er ist erst mal noch hier weiter durch die Territories gegangen. Vor allem, weil ja dann der große Expansionskurs der WWF, der kam ja dann später noch, wo dann wirklich Vince McMahon im Hinblick auch auf die weiteren Pläne Richtung WrestleMania, Richtung der ersten WrestleMania, dann auch immer mehr Talent rangezogen hat. Und da war Roddy Piper dann ganz, ganz weit oben auf der Liste. Aber Shaggy, du wolltest natürlich jetzt Richtung Georgia kommen, oder? Ja, genau. Ich wollte Richtung Georgia kommen, und dann noch mal kurz auch noch mal die eine Situation mit Freddie Blassie erwähnen, weil die ist auch klar tatsächlich sehr entscheidend und sehr wichtig gewesen. Das ist auch so ein Grund, warum er erst mal da noch nicht bei der WWF durchgestartet hatte. Erst mal, die Geschichte mit Ric Flair hat ihm ja sogar den US-Title das erste Mal eingebracht. Den sollte er Jahrzehnte später noch mal von Bret Hart gewinnen, wenn man so will. Aber da hat er tatsächlich den Ric Flair besiegen können um den US-Title. Du hast gesagt, der war 79, hat er ein paar Matches bei der WWE gehabt oder WWF gehabt und hatte unter anderem ein Match im Madison Square Garden, sollte er haben. Und da hat er ja auch die Idee, den großen Austritt zu haben, mit dem Dudelsack reinzukommen. Und das hat einigen Wrestlern tatsächlich nicht so gepasst, weil die haben gedacht, der Junge hier, der nimmt uns quasi hier das Rampenlicht mit so einem Auftritt. Und dann hat ein Freddie Blessey ihm, ich glaube, war es Toilettenpapier, so heimlich in den Dudelsack gestopft, sodass er gar nicht spielen konnte. Und Piper hat es nicht gemerkt, erst als er zum Entrance kam. Und das war natürlich ein Moment, der ihm nicht gefallen hat. Den anderen Wrestlern hat es gefallen, aber da gab es dann auch ein bisschen Ärger. Und da war er erst mal wieder außen vor bei den World Wrestling Federation. Ja, genau. Und da war er dann erst mal raus. Aber bei Georgia Championship Wrestling, da war er dann umso bekannter. Er hat da phasenweise auch als Kommentator gearbeitet, neben Gordon Soley, weil er eben so gut reden konnte. Er hat aber auch große Fäden gehabt gegen Leute wie Bob Armstrong, den er später noch als Bodyguard an der Seite gehabt hat. Dick Slater, Tommy Rich. Und ja, da gab es dann auch den Babyface-Turn, weil er hat dann seinem Broadcast-Partner Gordon Soley hierbeigestanden, als Don Morocco den angreifen wollte. Und da war er dann auf einmal ein Babyface. Das hat aber nicht allzu lange gehalten, Shaggy, weil er ist dann nach einiger Zeit dann bei Georgia Championship Wrestling gefeuert worden, weil er nicht rechtzeitig aufgetreten ist. Und danach ging es nach Puerto Rico, ging es dann weiter. Und vor allem dann auch noch weiter zu Jim Crockett Promotions, wo er dann, und da sind wir jetzt wirklich schon mittendrin, in der Phase, wo Roddy Piper richtig groß gewesen ist. Also wir haben angesprochen, Anfang der 80er hatten wir schon erste Matches gegen Ric Flair gehabt. Wir sind jetzt zwei Jahre, drei Jahre später. Und da bei Jim Crockett Promotions, da war Ric Flair ja noch mal eine Stufe größer. Und Jim Crockett Promotions war ja damals auch ein riesengroßer Verband, muss man sagen. Und da sind jetzt auch einige Fäden entstanden, die wegweisend gewesen sind, auch für die Karriere von Roddy Piper. Der Vorläufer, auch der WCW in diesem Fall auch. Das haben wir auch schon oft gesagt. Aber ich möchte dich noch einmal verbessern. Es war natürlich nicht Bob Armstrong, der später sein Bodyguard wurde, sondern Bob Orton. Stimmt, stimmt, du hast recht, ja. Aber Bob, ein Bob ist ein Bob, also das ist ja dann letztendlich auch egal. Auch ein Bob Armstrong, auch jemand, der erfolgreiche Söhne im Wrestling hatte. Während ein Bob Orton auch einen sehr erfolgreichen Sohn im Wrestling auf jeden Fall auch hat. Aber du hast es gesagt, Jim Crockett Promotions, da hat er sich als Face gearbeitet auch. Hatte da eine Matchserie gegen Ric Flair unter anderem, gegen auch einen Sargent Slaughter, gegen eine Fäde. Aber vor allem ist natürlich bekannt, bei Starrcade gab es das große Dog-Collar-Match zwischen ihm und Crack the Hammer, Valentine. Und das war nicht nur blutig und brutal, sondern das war damals und ist für heutige Verhältnisse auch immer noch sehr legendär. Ja, und das muss man erst mal sagen, dieses Dog-Collar-Match, da können wir vielleicht auch ein bisschen weiter darüber reden. Das wäre eigentlich auch ein schönes Match of the Week, sage ich immer noch. Vielleicht machen wir das auch mal. Mit Kai. Absolut brutales Ding. Roddy Piper hat diese Kette ja selber anfertigen lassen. Er war dafür beim Schuhmacher und hat dem unter anderem gesagt, hier, bau mir doch mal sowas und bau da eine Kette zwischen. Und wenn wir gerade schon dabei sind, mach auch noch ein paar Spikes dran, damit es richtig geil aussieht. Also wie so ein Hundehalsband quasi. Und aus dem Match, da ist er ja auch nicht unverletzt rausgegangen. Also wer sich das anschaut, was die beiden sich da antun, mit dieser Kette an Härte, das ist ohnehin unmenschlich. Bei Roddy Piper ist das Trommelfell geplatzt auf der linken Seite. Man kann das im Match auch sehr deutlich sehen, weil er am Ohr geblutet hat. Und das hat dann auch in dem Augenblick dazu geführt, dass er halt eben nichts mehr gehört hat. Auch die Koordination war ein bisschen weg. Er war kurzzeitig auch so ein bisschen benebelt natürlich dadurch. Und er sagt, er weiß selber nicht genau, wie es passiert ist. Es war eigentlich ein relativ normaler Schlag mit der Kette in der Faust von Valentine. Und er meinte, es hat Plopp gemacht. Und auf einmal habe ich da nichts mehr gehört. Auf einmal war es alles komisch. Und die beiden haben sich hier wirklich nichts geschenkt. Und das gilt als eines der härtesten Matches der damaligen Zeit. Und die beiden haben dann dafür auch wirklich Ruhm geerntet. Also das war ein Match, über das hat man damals absolut gesprochen. Plus diese anderen Geschichten, die Roddy Piper damals gehabt hat. Mit Rick Flair, mit dem Sgt. Slaughter. Shaggy, der war ein riesengroßer Name. Und das Ding hier bei Starrcade, das hat die Show gestohlen. Das war die erste Starrcade, die WrestleMania, vor WrestleMania, um es mal so ganz blöd auszudrücken. Aber der war auf allen, also jetzt hier war er wirklich jemand, auf den die Wrestling-Welt geblickt hat. Und das ist vielleicht was, wie ich finde, das vergisst man so ein bisschen, wenn man Roddy Piper dann nur aus der WWF-Zeit kennt. Weil er da doch eher, gerade in der Zeit, wo wir groß geworden sind mit dem Wrestling, so Anfang der 90er, da war er eher so eine Mid-Cut-Attraktion, aber kein Main-Eventer. Aber hier, da war er ein absoluter Main-Eventer. Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und das waren natürlich klar, die Main-Eventer, die großen Namen, die vielleicht Vince McMahon haben, das haben wir ja schon gesagt, er hat ja die Territorien abgegrast und hat sich natürlich auch dann jetzt, dann doch final, wir sind jetzt Anfang 84 quasi, da hat sich Vince McMahon gedacht, okay, diesen Mann muss ich haben. Aber er hat in ihm kein Main-Eventer gesehen zu dem Zeitpunkt. Da war ihm nicht groß genug, nicht muskulös genug, eher schmächtig und hat ihn aber tatsächlich überzeugen können, zur World Wrestling Federation zu kommen, allerdings erst mal als Manager. Ja, was aber auch daran liegt, dass Rodney Piper damals nicht ganz fit gewesen ist. Ja, er konnte ja noch nicht wrestlen. Das ist immer noch kurz nach dem, ja, nach dem Ohr-Match, wie es viele, the year of the year, wie es viele auch sagen. Kurz danach war er natürlich noch nicht fit, aber es war auch tatsächlich so, dass trotzdem ein, wenn Vince McMahon immer noch nicht so ihn als wirklichen Main-Eventer gesehen hat und als Manager für unter anderem David Schultz, den man ja auch kennt, diese Wrestling durch diesen Controversity in dieser Fernsehshow. War das nicht David Schultz? Der, den Reporter da, der ihn gefragt hat, ist Wrestling fake? Und dann hat er denen einen runtergehauen. Ja. Ja, das war er. Ja, und Mr. Wonderful Paul Orndorff, der ja auch eine Wrestling-Legende auch ist. Jemand Paula, später bei der WCB, da war er auch mit Paul Romer auch noch im Team. Allerdings hier damals auch ein wirklich großer Name. Der, toller Wrestler, toller Körper, auch cooles Charisma am Mic, aber tatsächlich okay, nur okay war, würde ich sagen. Und deswegen hat dem auch so ein Manager wie Piper sehr, sehr gut getan. Ja, absolut. Also Paul Orndorff, auch ein absolutes Talent damals gewesen. Ich bin richtig gesagt, das Charisma ausstrahlend hat er mitgebracht. Im Ring war er auch absolut solide, hat einen tollen Körper gehabt und passte natürlich auch damals in dieses Schema von Vince McMahon. Deswegen auch wenig verwunderlich, dass der dann auch Richtung WrestleMania eine große Rolle spielen sollte. Aber Roddy Piper, um auf den zurückzukommen, ja, der sollte erst mal nur als Manager fungieren hier für die beiden. Und das hat auch gut funktioniert. Und man hat erst mal so ein bisschen abgewartet, wie sich das mit ihm auch entwickelt. Man ist dann so peu a peu langsam zurück wieder in den Ring gestiegen. Aber vor allem, Shaggy, ging es dann 1984 auch mit einem der bekanntesten Redesegmente los. Und das war das Piper's Pit. Ja, Piper's Pit ist quasi der Vorläufer für so viele Wrestling-Talkshows, will ich es mal nennen, die es dann so später so gab. Aber immer noch die Blaupause für die großen Wrestling-Seite. Ich glaube, es gibt wenig Segmente, die besser sind als Piper's Pit, weil Piper's Pit sorgte für einige legendäre Momente. Einige Fäden haben dort gestartet. Aber gerade auch der große Moment mit Jimmy Snooker und der Kokosnuss ist ja etwas, worüber heute auch immer noch gesprochen wird. Und was auch im Nachhinein noch öfters, ja, auch nachgemacht wurde. Auch das mit der Kokosnuss. Später werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Mit Wikishi unter anderem. Also das gab es ja noch etliche Male. Und Piper's Pit ist einfach legendär. Das kann man sich heute immer noch anschauen. Und es ist einfach großartig, wie ein Roddy Piper das einfach geführt hat, diese Interviews. Ich liebe es. Und es ist auch für heutige Verhältnisse immer noch wirklich herausragend. Jim Ross hat über Roddy Piper und Piper's Pit gesagt, wenn du als Babyface zu Piper ins Piper's Pit gekommen bist, dann warst du danach noch beliebter. Und Roddy Piper war danach noch mehr Badass. Und wenn du als Heal dahin gekommen bist, dann warst du danach noch böser. Und Roddy Piper hat es geschafft durch die Art und Weise, wie er sich und seine Gäste präsentiert hat, dass alle davon profitiert haben. Das ist das Faszinierende daran. Natürlich stand er immer wieder im Fokus und auch seine Attacken. Also es ist ja nicht so, als ob die Pipers Pit-Segmente nicht sehr oft in der Schlägerei geendet sind. Also die Bekannte ist natürlich die Geschichte mit Jimmy Snooker und auch da sehr viel Rassismus in dem ganzen Rededuell, wo er auch gesagt hat, hier, dann haben sie ihm da eine Tüte mit Obst hingestellt. Und dann sagt er, hier, guck mal, da hast du eine Ananas oder hier eine Banane. Und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt. Und dann hat er gesagt, hier, du kennst das doch, du klärst doch hier den Baum rauf und holst dann die Ananas vom Baum und so. Und irgendwann hatte Roddy Piper dann die Schnauze voll gehabt, nachdem es von Jimmy Snooker auch noch eine freche Randbemerkung gegeben hat. Und dann hat er ihm eben diese Kokosnuss um die Ohren gehauen. Und ja, das ist absolut legendär, natürlich, muss man hier sagen. Und auch diese Szenen, Snooker hat auch danach in Interviews gesagt, er hat damit nicht gerechnet, dass Piper ihn mit der Kokosnuss schlägt. Und er hat so fest zugeschlagen, dass die Kokosnuss ja zersplittert ist an seinem Kopf. Und wenn man das sieht, dadurch, dass er nicht damit gerechnet hat, wirkte das auch so echt. Weil er taumelt ja dann zurück und er fällt ja dann in diese Kulisse rein, die ja nur so Aufsteller sind. Und die Kulisse fällt in sich zusammen auf Jimmy Snooker drauf. Und Jimmy Snooker hat danach auch so, ich war komplett benebelt. Ich war daneben und das Ding ging genau an meine Schläfe. Ich war so fast ausgenockt. Und er hat halt immer wieder versucht, auf Roddy Piper zuzukrabbeln. Roddy Piper hat sich den Gürtel ausgezogen und hat ihn von oben mit dem Gürtel geschlagen. Und das Segment endet ja dann damit, dass sich Snooker irgendwie ... Er sagt dann auch in Interviews so, ich weiß selber nicht genau, warum und wie, aber er hat sich dann irgendwann wieder auf die Beine begeben. Und Roddy Piper hat dann einfach die Tür genommen und ist dann durch die Tür abgehauen. Und Jimmy Snooker stand dann da und hat versucht, die Tür einzurammen. Aber die war halt aus Metall, das ging dann leider nicht. Aber es gibt unzählige legendäre Pipers-Pit-Segmente. Auch mit Andre the Giant zum Beispiel, wo dann auch Roddy Piper dann mit dem Riesen entsprechend umgeht. Und wir kennen die Aussprache von Andre the Giant. Die war nicht so verständlich. Und wo er dann auch so gemeint hat, so, gut, du bist ja ein echter Riese. Wo kommst du denn her? Und Andre antwortet dann eben. Und dann guckt Roddy nur so ganz verwirrt in die Kamera. Okay, okay, ich glaub, das hat hier keiner verstanden. Ich stell ihnen die Frage jetzt einfach ganz, ganz langsam. Wo kommen sie her? Ja, und das haben die halt dann eben so lange getrieben, bis der Andre the Giant ihn am Schlawittchen geschnappt hat. Und auch das im Zeichen von, er sah danach besser aus, der hat sich Roddy Piper aus dem Stuhl heraus geschnappt, ist aufgestanden und hat Roddy Piper mit einer Hand auf den Tisch gerissen, der quasi vor ihm stand, sodass er, also, diese Kraft noch mal zu demonstrieren. Also, Pipers-Pit, absolut legendär. Und alles, was danach gekommen ist, selbst The Mistarks ja zum Beispiel auch, dass Mist TV auch dadurch inspiriert gewesen ist. Aber, seien wir ehrlich, inspiriert vielleicht ja, aber da ist es halt nicht dran gekommen. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber eine andere Geschichte, die auch im Pipers-Pit entstanden ist, sind ja viele Wrestling-Legenden, wichtige Wrestling-Legenden und Jimmy Snooker da gewesen, wie du's gesagt hast. Ist auf jeden Fall so, auch ein Bruno Sammartino, der hat ja auch eine kurze Fede mit Roddy Piper gehabt, die auch im Pipers-Pit entstanden ist, die sogar zu einem Steel Cage-Match geführt hatte zwischen Bruno Sammartino, der Wrestling-Legende, eine der zu dem Zeitpunkt auch größten Wrestling-Legende und Roddy Piper, schon ein großer Moment. Und da hat er die Offiziellen auch schon so ein bisschen überzeugt gehabt, musste noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit Backstage leisten. Er wollte eine große Fede mit Hulk Hogan. Und am Anfang waren die auch nicht so überzeugt, ihm das zu geben, aber dann hat man gesagt, okay, Hogan und Piper, das könnte funktionieren. Und es gab ja dann, das war die nächste große Fede, die ja noch zu mehr geführt hat, als jetzt nur zu einem Match der beiden. Richtig, aber da müssen wir natürlich erst mal auf die Rock'n'Wrestling-Connection hier eingehen, Shaggy, bevor wir da hinkommen, weil diese Fede zwischen Hogan und Piper, die resultiert ja dann erst mal daraus. Und dann ist ja, unter anderem gab es ja einen Auftritt von Cindy Lauper und da gab es ja auch das Segment, wo Roddy Piper ja auch bei der Verleihung, glaube ich, von der Schallplatte oder sonst irgendwas, auf jeden Fall hat er dann erst mal Captain Lou Albano niedergeschlagen, der mit Cindy Lauper da im Ring gewesen ist. Und dann hat sich Cindy Lauper und ihm gekümmert und dann hat er ja Cindy Lauper weggekickt, ne? Also, und ihren, ich weiß gar nicht, ob es Manager oder sonst irgendwas gewesen ist. Und daraus entstand dann eben diese legendäre Fede, die dann auch bei WrestleMania natürlich dann extrem wichtig gewesen ist. Und dadurch ist Wrestling auch in Mainstream gekommen, eben durch MTV, was Roddy Piper übrigens immer übersetzt hat mit Music to Vomit. Ja, und Roddy Piper hat da wirklich auch alle Heel-Taktics wirklich eingesetzt, ne? Also, egal, ob es jetzt die rassistischen Sprüche gewesen sind, hier der Frauenschläger oder sonst irgendwas, ne? Und er hat dann in Interviews danach auch gesagt, ja, damals war es eben so, ne? Wenn du, wenn du als Mann, wenn dir als Mann eine Frau eine gegeben hat, wenn du warst ein Böser, dann hast du es verdient gehabt, aber wenn du dich dann gegen eine vermeintlich gute Frau gewährt hast, dann warst du auf einmal noch Böser. Und der hatte wirklich damals, ja, da war es gefährlich für ihn, auch in die Halle zu kommen, aus der Halle rauszukommen. Und mit dieser Rock'n'Wrestling-Connection, das war ein Riesending. Und Hogan hat sich dann natürlich auf die Seite von Cindy Lauper und Konsorten gestellt. Und dann gab es ja quasi diese große Fede, die dann bei The War to Settle the Score scheinbar einen Abschluss finden sollte. Und wenn man sich den Entrance der beiden anschaut, also wie da Roddy Piper ausgebucht wird und wie Hogan da aufgenommen wird und wie er da als Superstar präsentiert wird, begleitet von Cindy Lauper, Captain Lou Albano und Mr. T. Also, Shaggy, das war WrestleMania, wirklich noch vor WrestleMania. Wir sprechen hier natürlich von Madison Square Garden, The War to Settle the Score, 18. Februar 1985. Das war eine riesengroße Nummer damals, oder? Ja, das war WrestleMania vor WrestleMania, wie du es gesagt hast. Aber es war tatsächlich auch der Aufbau für WrestleMania. Weil daraus ist ja dann auch der Main Event für das erste WrestleMania überhaupt entstanden. Man hat diesen Erfolg auch genutzt, dieses Aufsehen, was man in der Mainstream-Presse hätte und hat WrestleMania kreiert. Und das war klar, das kann einfach nur der Main Event sein. Hier die Stars um Hulk Hogan gegen eine Gruppe um einen Roddy Piper. Genau. Dieses Match zwischen Hogan und Piper, damals ja, da ging es ja um keinen Titel oder sonst irgendwas, sondern da ging es nur um die Ehre. Und das endete ja dann auch im großen Durcheinander. Da gab es dann noch die Attacken. Und es war kein klarer Sieg. Es war ein Sieg per DQ. Man hat das vor Hulk Hogan, man hat das hier so ein bisschen auslaufen lassen. Und es endete im Chaos, muss man ganz klar sagen. Aber das war halt groß. Das kann man halt nicht anders sagen. Und auch hier gab es dann eben schon im Hinblick darauf, was dann später im Verlauf passieren sollte, die Konfrontation zwischen Mr. T und Roddy Piper. Roddy Piper, der dann allein im Ring gestanden ist. Und da kam Mr. T dazu, um hier seine Leute zu verteidigen. Vor allem natürlich Cindy Lauper. Und ja, Roddy Piper hat dann erst mal Mr. T niedergeschlagen. Und die beiden waren nicht die allerbesten Freunde, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Roddy Piper hat Mr. T immer als Außenseiter gesehen. Also jemanden, der berühmt geworden ist, aber im Wrestling halt einfach noch sich keine Spuren verdient hat. Und deswegen waren die beiden nicht die besten Freunde. Es ging auch um Geld in dem Fall. Er hat ja nicht verstanden, warum ein Celebrity, der mit dem Wrestling ja eigentlich gar keine Bindung im Grunde hatte, und so viel mehr Geld verdient für einen Auftritt, als viele Wrestler, die sich jahrelang den Arsch aufreißen, dieses ganze Jahr über tagtäglich antreten und im Endeffekt weniger im Jahr verdient haben, als Mr. T hier für einen Auftritt. Ja, und Mr. T, der dann mit Limousine und mit ganz vielen Leuten und so aufgetreten ist. Und da war Roddy Piper auch sehr oldschool. Also vielleicht auch durch seine Wrestling-Erziehung, die er genossen hat, da war er sehr zurückhaltend und war da auch einfach frustriert teilweise drüber natürlich. Also War to Sell the Score war auf jeden Fall, am Ende gab es dann die Eingriffe von Bob Orton Jr., der zu dem Zeitpunkt schon dann auch der Bodyguard von Piper war und auch der alte Kumpan Paul Orndorff tauchte hier auf und die attackierten quasi dann Hogan. Und da kam dann auch Mr. T zur Seite und da gab es diesen großen Brawl, was du, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und das waren tatsächlich dann auch die Kontrahenten, die Participants für die erste WrestleMania. Ja, und Cowboy Bob Orton und Rowdy Roddy Piper, übrigens auch privat extrem gute Freunde. Roddy Piper hat scheißhaft gesagt, ja, Bob Orton, der passt auf mich auf bis Mitternacht, danach passe ich auf ihn auf. Finde ich ganz schön, vor allem wegen die wilden Nächte, die sich da um die Ohren gehauen haben. Naja, auf jeden Fall, wir sind Richtung WrestleMania hier unterwegs und da haben wir ja auch schon einen separaten Podcast zu gemacht. Also schaut da gerne mal rein. Haben wir ja im Freefeed veröffentlicht im vergangenen Jahr und haben da auch die Show entsprechend besprochen. Auch da noch ein paar mehr Details zu dem Drumherum, was wir da gehabt haben. Naja, im Main Event, die Heels unterliegen hier. Shaggy und Hogan und Mr. T, die sind die Helden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, die unterliegen aber auch aufgrund eines falschen Eingriffs von Bob Orton, der dann einen Paul Orndorff getroffen hat. Und am Ende gab es dann quasi den Sieg. Und Piper machte aber Paul Orndorff dafür verantwortlich für die Niederlage. Und die hatten danach ja auch eine kleine Fede miteinander. Genau, die hatten eine kleine Fede miteinander. Aber ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist natürlich die Fede zwischen Mr. T und Rowdy Roddy Piper, die er dann sich über eine gewisse Zeit gezogen hat. Und es sollte ja bei WrestleMania 2 dann ein Boxing-Match der beiden geben. Und auch das war was, wo Roddy Piper eigentlich nicht so richtig Bock drauf gehabt hat, Shaggy. Wenn man das auch weiß, dann sieht man das Match auch noch mal mit anderen Augen. Also es ist so, dass Piper auch nicht alles wirklich so richtig gesellt hat und ein Mr. T einfach auch nicht in der Lage. Aber dieses Boxing-Match kam beim Mainstream gut an. Aber letzten Endes war es natürlich jetzt nichts Wichtiges. Und Piper hat am Ende hier Mr. T gebodyslammt und hat so für die Disqualifikation gesorgt. Er wollte sich nicht besiegen lassen von einem Mr. T. Und ein Mr. T sollte natürlich auch keine Niederlage nehmen. In diesem Fall hat man sich da für dieses Ende entschieden. Aber das war auch erst mal für einige Zeit auch das Ende für Piper für einige Wochen hier bei ... Oder für einige Monate sogar bei der WWE, WWF. Ja. Ich will grad hier noch mal so einen Spruch aufbringen, den Roddy Piper damals über Mr. T gesagt hat. Nur um klarzumachen, wie Roddy Piper hier seine Sprüche rausgehauen hat. Er hat unter anderem zu Mr. T im Interviewsegment gesagt, das ist der einzige Typ, den ich kenne, der mehr Ketten trägt als seine Vorfahren. Und das find ich schon ... Ich find's schon heftig. Also das hat man natürlich damals nicht so wahrgenommen. Aber aus heutiger Sicht ist es halt wirklich schon heftig. Aber das hat damals super funktioniert. Das hat richtig Emotionen gezogen. Und da waren dann auch die Medien einfach mega interessiert dran. Roddy Piper war alles andere als begeistert, mit Mr. T zu wrestlen. Und im Match kann man das auch sehen. Weil dann irgendwann gibt's den Punkt zwischen den Runden, wo Piper sich einen von diesen Boxstühlen, von diesen Hockern nimmt, den hochnimmt und in die Ringecke von Mr. T wirft. Und sagt, ja, jetzt kämpf endlich mit mir. Weil Mr. T hat es nicht geschnallt, wie hier Wrestling geboxt wird, in Anführungsstrichen. Er meinte, Piper musste einen Schlag sellen, obwohl der Schlag 30 cm an seinem Kopf vorbeiging. Und das hat ihn unfassbar genervt. Und er war sehr frustriert darüber, weil das nicht seinen Ansprüchen genügt. Und ja, im Endeffekt war das dann eben eine Disqualifikation. Und er hat damals dann gesagt, ich konnte hier nicht klar verlieren. Ich hab kein Problem damit, dafür zu verlieren. Auch wenn er nicht so oft in seiner Karriere per Pinfall klar verloren hat. Aber das ging hier nicht. Das wollte er sich und auch den Leuten Backstage nicht antun. Da hätte er auch sein Veto eingelegt. Auch das ist eben was, was Rory Piper immer mal wieder gemacht hat. Dass der auch gesagt hat, nein, diese Dinge mach ich nicht. Er war auch nicht immer der Allereinfachste, mit dem man arbeiten kann. Das hat auch ein Hulk Hogan gesagt. Ich bin mir sicher, andersrum sagen die beiden dasselbe. Auch voneinander. Ich glaub, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Große Egos und so. Aber insgesamt muss man sagen, hier hat er dann eben Stellung bezogen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das mag ich aus meiner Perspektive nicht zu beurteilen. Ja, und genau, Shaggy, du hast richtig gesagt. Danach erst mal eine Auszeit. Und ist danach als Babyface wieder zurückgekommen. Und Babyface und der Piper's Pit, passt das denn zusammen? Und wir bewegen uns ja dann wirklich schon auf die erste, wirklich längere Auszeit, die wir hier bald haben. Ja, also er kam zurück und das Piper's Pit wurde in der Zeit auch übernommen von Adrian Adonis, der aus dem Piper's Pit ein neues Interviewsegment gemacht hat namens The Flower Shop. Auch übrigens hat er sich auch noch die Dienste von Bob Orton als Bodyguard auch angeeignet. Also quasi er hat sich alles, was Piper vorher hatte, übernommen. Und das hat einem Piper überhaupt nicht gepasst. Der kam zurück. Und da gab es auch dieses legendäre Adrian Adonis, auch jemand am Mike, der auch wirklich cool war und auch ein interessanter Charakter, der auch seinerzeit wirklich auch voraus war. Und da gab es auch dieses interessante Redesegment der beiden miteinander im Piper's Pit oder im Flower Shop, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ein Don Morocco, der ja auch auf der Seite von Adrian Adonis stand, der hat da auch irgendwie noch geholfen. Und dann gab es auch irgendwie einen großen Brawl in dem Piper's Pit, was das Piper's Pit quasi auseinandergenommen hat. Führte dann zu einem Match der beiden Herr vs. Herr bei WrestleMania 3. Genau. Also bei diesem Brawl, den du gerade angesprochen hast, gibt es dieses ganz berühmte Bild von Roddy Piper, der sich einen Baseballschläger nimmt, diesen Baseballschläger im Zorn auf dem Boden zerbricht und dann wütend in die Kamera brüllt. Das ist ein ganz bekanntes Bild aus dem Aufbau von dieser Fede und von diesem Match natürlich. Und an der Stelle dürfen wir auch nicht vergessen, dass natürlich das Piper's Pit und Roddy Piper wichtig gewesen ist für die Fede, für die Main-Event-Fede zwischen Andrew the Giant und Hulk Hogan. Weil da gab es natürlich das berüchtigte Piper's Pit-Segment, wo Andrew the Giant zu Bobby Heenan gewechselt ist und gegen seinen alten Weggefährten Hulk Hogan geturnt ist. Und da kennen wir ja die Szene, wo er gesagt hat, hier, ich will ein Titel-Match gegen dich haben bei WrestleMania 3 und ihm dann ein Schlawittchen packt, also Andre, den guten Hulk Hogan, und ihm dabei nicht nur das Hemd zerreißt, sondern eben auch ihm die Kette abreißt. Und auch wenn Piper da eher so ein Nebendarsteller ist, ist das trotzdem wichtig, weil das auch gut zu diesem Flair von Piper's Pit passt, dieses Unberechenbare, alles kann einfach passieren. Das war auch ganz wichtig. Aber ja, wir sehen Piper auf jeden Fall auf dem Weg zu WrestleMania 3, reich beschäftigt, um es mal so auszudrücken. Und ja, dann sind wir auch schon beim Event angekommen und es heißt Roddy Piper gegen Adrian Adonis. Ja, WrestleMania 3, Herr vs. Herr und zugleich auch Rowdy Roddy Piper's Retirement-Match. Nicht das erste und nicht das einzige. Doch das erste schon, aber nicht das einzige auf jeden Fall. Und das gewinnt er natürlich. Und Roddy Piper hat dann in späteren Interviews gesagt, dass er das unfassbar fand. Also nicht nur das Match, sondern vor allem diese Kulisse natürlich damals bei WrestleMania 3 vor Publikum im Pontiac Silverdome. Ob es jetzt 93.000 Zuschauer gewesen sind oder nicht, lassen wir da hingestellt. Aber auf jeden Fall diese Menschenmasse dann da zu sehen, das fand er sehr beeindruckend. Und du hast auch die Reaktionen auf ihn gesehen. Die Leute standen hier absolut hinter ihm und der hat absolut gut funktioniert. Piper gewinnt am Ende klar mit dem Sleeper Hold und feiert dann sein letztes Match in Anführungsstrichen. Ja, Shaggy, und danach geht's erstmal in die Pause. Er hat tatsächlich eine Auszeit genommen, aber nicht, weil er jetzt in dem Fall Verletzungen hier waren, sondern er hatte zu dem Zeitpunkt mit dem Gedanken gespielt, Fulltime nach Hollywood zu gehen und Schauspieler zu werden. Hatte dann auch ein, gerade John Carpenter's Sie leben oder They Live, ist ja wirklich ein legendärer Film, ein großartiger Film, der auch immer noch heutzutage gut anzusehen ist, gut gealtert. Und kurz danach hat er auch noch in Hellcamps to Frogtown auch einen Film, der gerade in Insiderkreisen auch wirklich sehr, sehr beliebt ist. Und man hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist wirklich jemand, der in Hollywood Fuß fassen kann. Die Filme sind super, er spielt wirklich gut und man hat schon gedacht, da könnte mehr draus werden. Ist dann im Endeffekt nicht wirklich passiert. Er hat noch viele weitere Film- und Fernsehauftritte gehabt, aber das waren im Grunde schon eigentlich seine größten Erfolge, muss man sagen. Aber toller Film, hast du sie eben gesehen? Ja, noch gar nicht mal so lange her, ehrlich gesagt, weil ich den davor noch nicht gesehen hatte. Und kann man sich absolut noch anschauen. Ich bin auch ein großer John Carpenter-Fan und John Carpenter war damals auch ein großer Roddy Piper-Fan. Der hat gesagt, wie das so vielen Regisseuren so geht, er hat Roddy Piper im Fernsehen gesehen, im Wrestling-Ring quasi, und hat vor allem bei den Promos gemerkt, der hat doch irgendwas. Die Art, wie er redet und die Art, wie er sich präsentiert, er könnte auch Schauspieler sein. Und John Carpenter hatte so einen Narren an Roddy Piper gefressen. Der hat was in dem gesehen und hat sich dann überlegt, Mensch, wir probieren das noch mal. Und hat zum Beispiel auch bei Sie leben, gerade diese Action-Sequenz, da hat er gesagt, das war richtig gut, mit Roddy Piper da zu arbeiten, weil der sich da reingesteigert hat. Weil der A wusste, wie körperliche Arbeit sozusagen geht, ohne dass man sich gegenseitig verletzt. Und zum anderen eben auch, weil der sich vor der Kamera präsentieren konnte. Also John Carpenter, ein riesen Fan von Roddy Piper. Und gemeinsam haben die dann eben hier diesen Film auf die Beine gestellt, der bis heute bekannt ist. Und ich gehe mal so weit, dass ich auch sagen würde, eine der überzeugendsten Versuche von einem Wrestler vor der Kamera, oder? Ja, noch besser als Der Ritter aus dem All beispielsweise. Oder Babysitter with Muscles. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Santa with Muscles. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Auf jeden Fall wirklich ... Alles with Muscles. Ja, irgendwas mit Waffles und Hulk Hogan. Also da hat er, glaube ich, auch seinem ... Lassen wir mal hier noch Olds Bar außen vor. Der ja auch ein legendärer Kultfilm ist aus anderen Gründen. Aber da hat er wirklich gezeigt, dass er als Schauspieler auch wirklich überzeugen kann. Schade, dass er nicht mehr daraus geworden ist. Aber auch gut fürs Wrestling, denn er ist ja dann auch wieder zurückgekommen. Tatsächlich nach einer Auszeit von knapp zwei Jahren hat er fast gehabt. Oder sogar ein bisschen länger, wo er nicht gewesselt hat. Und dann kam er aber wieder zurück zur WWF. Da erst mal bei Wrestling Media 5, da mit dem legendären Piper's Pit auch, wo er Morton Downey Jr., das ist ein bekannter Fernsehmoderator gewesen, gilt quasi gemeinhin als Erfinder des Trash-TVs, wenn man so will. Also jetzt kein Aushängeschild des qualitativ hochwertigen Fernsehens, aber eine umstrittene Figur vielleicht in einem Atemzug mit Jerry Springer vielleicht zu nennen. Vielleicht nicht ganz so ganz bekannt. Aber da gab es die legendäre Szene mit dem Feuerlöscher, weil Morton Downey Jr., nicht verwandt mit Robert Downey Jr. im Übrigen, der war auch bekannt, dass er in seinen Fernsehshows auch immer geraucht hat. Ein passionierter Kettenraucher. Und der wollte sich da eine Zigarette anzünden. Und dann gab es halt hier den Feuerlöscher, der hat einen Piper verhindert, dass hier jemand in einem Wrestling-Ring raucht. Und das war bei WrestleMania 5 legendär. Und danach hatte er tatsächlich noch so ein paar Matches, auch kleine Matchserien, aber hauptsächlich bei Hausshows erst mal. Ja, also diese Sequenz bei WrestleMania 5 vielleicht noch mal so ein bisschen eingängiger erklärt, weil es ist schon ein bisschen her. Und ich glaube, da kann man auch noch mal drauf eingehen, weil das auch bis heute ja noch ein Segment ist, was man immer mal wieder in Rückblicken sieht. Das Interessante dabei ist, dass das eigentlich relativ kurz nur abgesprochen gewesen ist. Brother Love, Bruce Pritchard, war unter anderem damals ein bisschen federführend. Und gegen den hatte er ja, also Roddy Piper, zuvor bei einer Hausshow sein erstes Outing wieder, als er wieder da gewesen ist, in Denver, Colorado. Auch da wiederum Roddy Piper zurückgekommen, kannte Bruce Pritchard damals nicht. Und Bruce Pritchard sollte dann eben mit ihm das Segment machen, dass er ihn nachäfft. Und dann sollte Roddy Piper eben hier danach die Oberhand haben und Brother Love dann mehr oder weniger aus dem Ring kicken. Und Roddy Piper hat in diesem Redesegment Bruce Pritchard während des, also unabgesprochen, quasi einfach eine schallende Ohrfeige gegeben, was dafür gesorgt hat, dass Bruce Pritchard hier zu Boden gegangen ist. Er sagt selber im Podcast, also wenn da nicht die Seile gewesen wären, ich wäre einfach rausgefallen aus dem Ring. Und hat dann aber weitergemacht und hat das Segment zu Ende gebracht. Und das hat Bruce Pritchard den Respekt von Roddy Piper eingebracht. Und hat dann danach gesagt, ja, du bist, you're okay, kid. You're okay, kid. Und diese Sache mit Morten Downey Jr., der war damals so ein Talkshow-Host eigentlich. Und dadurch, das haben wir ja auch gehabt. In Deutschland war es ein paar Jahre später, dass Talkshows populär geworden sind. Hier war das eben zu dieser Zeit so. Und die beiden haben so eine Art Wettbewerb getrieben. Also es hieß eigentlich, mach ein kurzes Segment, beleidigt euch ein bisschen und dann soll es die Sache mit dem Feuerlöscher geben. Die beiden haben es aber sehr in die Länge gezogen und haben sich immer wieder und immer wieder beleidigt. Und na ja, es sollte dann ja mit dieser Feuerlöscher enden. Roddy Piper hat ihn ja häufig darauf aufmerksam gemacht, so, blass mir bitte nicht den Rauch ins Gesicht. Irgendwann hat Roddy Piper die Schnauze voll gehabt, hat diesen einen Hocker hochgehoben, darunter befand sich ein Feuerlöscher und dann gab es die Abkühlung. Und wenn man sich diese ganze Sequenz am Ende anschaut, dann sieht man, dass Morten Downey Jr. noch versucht, Roddy Piper am Fuß festzuhalten. Er hält ihn am Fuß fest und versucht ihn fast so zu Boot zu bringen. Und Roddy hält sich dann so ein bisschen in Seilen fest, hat aber noch diesen Feuerlöscher in der Hand. Und Piper sagt so, rein euer Reflex war er kurz davor, einmal so Wrestling-mäßig mit dem Feuerlöscher auf ihn einzuschlagen. Und Gorilla von Zun stand wohl an der Seite mit Kopfhörern auf und hat wohl so, nein, mach das nicht, mach das nicht. Und du kannst halt sehen, wie Roddy Piper so zur Seite schlägt. Und dann so, ach ja, okay. Und dann hat er einen Feuerlöscher beiseite gelegt und hat Morten Downey Jr. einfach so abgeschüttelt, weil die im Vorfeld ganz klar abgesprochen hatten, keine körperliche Gewalt hier gegenüber Morten Downey Jr., sondern nur diese Sache mit dem Feuerlöscher. Wäre ein bisschen doof gewesen, wenn man das abspricht und dann jemandem den Feuerlöscher schlägt. Ja, Shaggy, danach soll es aber vor allem auch eine etwas längere Feder auch mit Ravishing Rick Root geben. Wir sind jetzt da im Jahr 1989, wo er auch erst mal wieder als Co-Kommentator unterwegs gewesen ist. Und weißt du, was die beiden, also Root und Piper, bei Hausshoes gerne gemacht haben? Sag's mir. Für den Aufbau, da haben sie sich ... Es gab ja dieses Gimmick von Rick Root, dass er sich damals immer eine hübsche Dame aus dem Publikum geholt hat und die in Grund und Boden geküsst hat. Ja, das haben sie hier so ein bisschen umgedreht. Also da hat man dann eine Dame ins Publikum gestellt, die wurde dann von Rick Root geküsst, aber die ist dann nicht ganz zum Boden gegangen. Und dann im späteren Verlauf der Kart ist Roddy Piper rausgekommen und hat das selber mit derselben Dame gemacht. Und dann ist sie natürlich zum Boden gegangen. Na, ja, Roddy Piper ist der bessere Küsser als der Rick Root. Das kann ich mir vorstellen. In jedem Fall, er hatte seit kurzer Zeit, er hatte dann noch ein paar Hausshow-Matches vor der Fede, unter anderem gegen Teddy Biasi, aber auch gegen Randy Savage, die er auch zum Großteil tatsächlich auch gewonnen hat. Und dann gab's aber diese Fede, die startete, als er tatsächlich auch Rick Root den Interkontinenten-Titel gekostet hat gegen den Ultimate Warrior. Genau das. Die Fede ging jetzt eigentlich auch noch eine ganze Zeit lang weiter, inklusive verschiedenen Gimmick-Matches bei Hausshows, Steel Cage, Lumberjack-Match. Man hat das auch bei der Survivor Series nochmal mit aufgebaut, wo die beiden dann als Teamcaptains hier dabei gewesen sind und gemeinsam eliminiert worden sind. Ausgezählt, wie man das heute immer noch macht. So bringt man Wrestler aus dem Match, die nicht gepinnt werden sollen. Ja, genau. Und die beiden hatten dann eben auch noch ein größeres Match, auch noch bei Primetime Wrestling, wo dann Bobby Heenan als Santa Claus auch noch aufgetreten ist. Na, warum nicht? Die Fede ging ein ganzes Stückchen weiter und Piper ist eigentlich hier als Sieger aus der ganzen Story rausgegangen. Er durfte auch diverse Male Bobby Heenan schlagen. Ja, und Shaggy, dann sind wir auf dem Weg Richtung WrestleMania VI und da beginnt dann schon wieder unsere Zeit. Wir sind beim Rumble 1999, äh, 1999. 1990, natürlich. Und da startet ja die Fede mit Bad News Brown. Ja, den hat er natürlich eliminiert beim World Rumble und das hat einem Bad News Brown nicht gefallen. Und da startete dann quasi die Fede gegeneinander, auch in diversen Interviewsegmenten. Da hat ein Bad News Brown immer Body Piper als einen Mann bezeichnet, der einen Rock trägt. Und das hat einem Piper natürlich nicht gepasst. Und der sollte sich dann auf eine, ja, auch vielleicht heute irgendwie eher schwierige Art und Weise, dafür, in Anführungsstrichen, rächen mit seiner Bemalung, lieber Olaf. Oh jo, ne? Hast du's damals verstanden? WrestleMania VI ist ja quasi, ist ja quasi, ist ja unsere erste berüchtliche Berührung mit der World Wrestling Federation. Und da kam ein Piper, wir können's ja kurz beschreiben, zum Ring. Sind die nicht damals sogar mit diesen kleinen Rings zum Ring gebracht worden? Ja, mit diesen kleinen Wagen, genau. Genau. Wie kleine Ringe ausgesehen haben. Und da stand ein Piper drin, ein Mann in einem Kilt, der bemalt war auf der einen Seite schwarz bemalt. Blackfacing, was man heutzutage ja sehr kritisch hinterfragen muss. Damals eigentlich auch schon. Aber er wollte damit ja eigentlich was ganz anderes aussagen. Ja, er wollte eigentlich quasi beides zusammenbringen. Also er hat eigentlich einen guten Gedanken dahinter gehabt. Aber es kam natürlich alles andere als gut an und wurde auch von sehr vielen Seiten auch damals schon kritisiert. Roddy Piper hat's vor allem deswegen abbekommen, weil er dann ja auch noch nicht nur das Match hier in einem Double-DQ geendet ist, sondern auch nicht besonders gut gewesen ist, sondern, ja, ihm wurde ja auch noch ... Double-Countout, oder? Double-Countout war's auch. Double-Countout, ja. Aber das Problem war doch auch, dass er die Farbe nicht mehr abbekommen hat, Shaggy, oder? Ja, vor allem im Gesicht war's irgendwie schwierig, die dann noch abzukriegen. Er ist einige Tage noch halb angemalt, vor allem im Gesicht. Am Körper ging's, glaub ich, meines Wissens besser ab, warum auch immer. Im Gesicht war's schwieriger. Und das war ein bisschen unschön. Also für ihn auch natürlich und auch für sein Umfeld. Aber nicht nur die Farbe ist abgegangen, auch erst mal seine WWL-Karriere war dann auch wieder erst mal kurz für mehrere Monate wieder passiert. Genau. Er war dann noch mal involviert in die Fede zwischen dem Million-Dollar-Man und Virgil. Er hatte dann ja im Vorfeld einen Motorradunfall gehabt und war deswegen einfach nicht fit. Aber man hat ihn deswegen in diese passive Rolle hier mit eingebaut für WrestleMania 7 und den Summerslam. Deswegen war er da quasi nur Beistand für Virgil und hat den da eben unterstützt. Und da gibt's ja dann auch diese, ja, motivierende Geschichte, wo der Million-Dollar-Man ihn ja auch zu Boden schlägt und er mit den Krücken sich auf die Beine versucht zu ziehen und Virgil ihn dabei motiviert und so. Ja. Wir sind auf dem Weg Richtung WrestleMania 8 jetzt. Da auch eine spannende Geschichte natürlich, das Match gegen Bret Hart und im Vorfeld, Royal Rumble 92, natürlich der erste Titelgewinn für Rowdy Roddy Piper bei der WWF, nämlich der Gewinn des Intercontinental-Titles damals gegen den Mountie. Und natürlich, er war auch Teilnehmer am Royal Rumble selbst. Und das fand ich ein bisschen interessant, weil hier, da ist ja auch Ric Flair in die Promotion gekommen zu dieser Zeit, also schon ein bisschen früher. Schon davor, genau. Genau. Aber die beiden hatten ja immer so eine schwelende Fede gehabt und damit hat man natürlich immer so ein bisschen auf die Vergangenheit der beiden verwiesen. Aber ich hab die damals nicht geschnallt, Shaggy, sondern ich hab die einfach so als natürlich Gegner wahrgenommen. Wie war das bei dir? Weil man hat's bei WWF nicht wirklich erklärt. Nee, ich wusste auch nicht, dass die beiden schon mal eine lange Geschichte miteinander hatten. Aber sie wirkten irgendwie tatsächlich wie so natürliche Gegner. Er war ja auch der erste Fädengegner für Ric Flair bei der WWF, muss man dazu sagen. Also, es war jetzt keine große Geschichte dann, aber man hat die durch die Wochenschows auch irgendwie so getragen. Auch bei der Survivor Series 91 auch, ja. Ja, genau. Da standen sie sich ja auch gegenüber. Also, das war schon, das hat schon funktioniert, aber man wusste nicht genau als normaler Fan, warum das so ist. Aber man hat gemerkt, die beiden passen irgendwie richtig gut gegeneinander. Und das war schon auch, ich fand, das war eine coole Fede. Also, mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Dann gab's ja diesen Überraschungssieg von Mountie bei einer House-Show gegen Qued Hard, weil der damals ja auch gesundheitlich angeschlagen war. Der hatte Fieber! Ja. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich damals, ich war damals Abonnent des Wrestling-Telegramms, und das war das erste Mal, dass ich irgendwas wusste, bevor es im Fernsehen ausgestrahlt war, wusste ich, dass der Mountie den Intercontinental sich geholt hat. Und dann hat man aber, man wollte dann nicht nochmal Mountie gegen Qued Hard bringen und hat dann tatsächlich gedacht, das wäre eigentlich eine schöne Fackelübergabe, wenn man das so macht, dass man Piper zwischenzeitlich, Piper war ja nicht mehr als ein Übergangschampion für Qued Hard, der sich den Titel dann zurückholen sollte bei WrestleMania, in einem großartigen Match. Aber das war schon wirklich schön aufgebaut und das war ja wirklich so eine Art Fackelübergabe, oder? Ja, Bret Hart brauchte ja auch damals den Push, muss man so sagen. Der war auf dem Weg nach oben. Roddy Piper, ein absolut bekannter Name und etabliert, aber auch jemand, der immer wieder gesagt hat, ich will jetzt nicht dauerhaft wrestlen, der auch schon seine ersten gesundheitlichen Probleme gehabt hat. Wie gesagt, hier Motorradunfall und Knie und Hüfte und so was. Der hat immer wieder gesagt, ich will auch versuchen, in Filmgeschäft Fuß zu fassen, in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Das war ihm auch wichtig. Und deswegen hat man ihn jetzt hier so, nicht unbedingt Part-Timer, aber schon so ein bisschen einfach als Aufbaugegner quasi, für Bret Hart verwendet. Also sehr guter Aufbaugegner. Und die beiden hatten ja auch eine gemeinsame Vergangenheit durch Kanada, dadurch, dass Piper ja auch bei Stu Hart teilweise trainiert hat und da eine oder andere Trainingssession mitgemacht hat. Da gab es eine Verbindung und darauf war dann auch diese Fede aufgebaut, auf der persönlichen Hintergrundgeschichte der beiden. Nicht nur das, nicht nur das. Da gab es ja schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, ich habe das auch oft gelesen, die beiden sind ja Cousins, was ja auch gar nicht so wahr ist. Bruce Hart hat später mal gesagt, ja, das ist ein Großcousin, aber letzten Endes ist da nicht wirklich eine Verwandtschaft vorhanden. Aber die kannten sich halt natürlich schon lange. Sind nicht alle Kanadier irgendwie Cousins? Das könnte sein. Bei uns sind es alle im Vogelsberg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wahrscheinlich Düsseldorf, nein. Eifler. Eifler. Ja, also, aber das Match, das Match bei WrestleMania 8 war halt unglaublich geil. Und Roddy Piper hat damals gesagt, dass dieses Match, das hat auch eine besondere Position in seinem Herzen, weil er gesagt hat, ich konnte damals wrestlen. Sonst war ich immer so der Fighter, der Kämpfer. Ich habe gebrod, ich habe geschlagen, ich habe getreten und ich habe verrückte Sachen gemacht. Hier waren wir bei den Babyfaces und ich konnte nicht so kämpfen, wie das sonst der Fall gewesen. Und das war ein Wrestling-Match. Klar war da auch eine gesunde Härte dabei und eine persönliche Ebene, aber ich konnte auch mal zeigen, dass ich ein guter Wrestler sein kann. Und Shaggy, wir hatten dieses Match auch schon im Match of the Week und haben das schon besprochen, aber das ist eines der Matches, die verbinde ich ganz, ganz hart mit meiner Kindheit, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich WrestleMania 8 damals live geschaut habe mit einem Freund. Und ich liebe diesen Kampf, diese Emotionen, auch am Ende diese Szene, wo Roddy Piper dann die Ringglocke in der Hand hat und Bret Hart blutend vor ihm kniet und Roddy schaut so ins Publikum so, soll ich ihn jetzt niederschlagen und behalte den Titel oder verliere ich vielleicht dann den Titel, wenn ich hier weiter fair weitermache? Ganz große Emotionen. Ich kriege direkt wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich würde ganz klar sagen, bestes Piper-Match, was ich quasi je als Fan gesehen habe. Das kann man ohne Zweifel, glaube ich, sagen. Zumindest in der Zeit, als er aktiv war. Wenn man in einigen Matches hat, man nachgoldet, die auch cool sind. Aber so in der Zeit war das auf jeden Fall das beste Piper-Match. Da folgten auch keine besseren in der WCW oder bei der WWF noch, würde ich mal behaupten. Das ist absolut korrekt. Und danach gab es aber erst mal wieder eine Auszahl. Er war noch ein bisschen eingesetzt vor den Kameras, hat auch sogar noch einige Pipers Pitt aufgenommen, die aber, glaube ich, meines Wissens nie ausgestrahlt wurden. Denn er war dann relativ schnell weg, wieder vom Fenster erst mal. Ja, genau. Man hat ihn noch mal beim Summerslam gesehen, wo er noch mal Dudelsack gespielt hat, so ein bisschen als Aufgalopp für das große Titelmatch zwischen Bret Hart und dem British Bulldog, Davey Boy Smith im Main Event. Auch ein schöner Moment natürlich. Aber dann war er eben auch erst mal weg und hat sich erst mal aus dem Wrestling ein bisschen zurückgezogen und ist dann erst wieder bei WrestleMania 10 aufgetaucht. Und das damals im Main Event als Special Guest Referee im Kampf um die WWF Championship zwischen Bret Hart und Yokozuna. Und da gab es ja auch zwischen Piper und Yokozuna so ein bisschen Ärger, weil der angeblich ein bisschen zu schnell durchgezählt haben könnte. Aber da hat man dann auch nicht mehr wirklich viel draus gemacht. Stattdessen hat man dann ja eine Fede mit Jerry the King Lawler angeleihert, Shaggy. Zum King of the Ring dann nämlich. Boy, oh boy, das war auch gar nicht mal so geil, oder? Mit diesem Roddy Piper-Double, mit diesem jungen, dürren Kerl und dann den Kings Court, den man dann quasi als Gegenstück zum Pipers Pit etabliert hatte. Och du, Alter. Also das Match selber, ja, da stimme ich dir absolut zu. War das nicht sogar der Main Event beim King of the Ring? Ja, das war der Main Event. Also das war auf jeden Fall nicht gut, würde ich mal bezeichnen. Aber ich mochte die Fede so ein bisschen auch, weil ich die Redesegmente schon sehr witzig fand zwischen den beiden, weil beide ja Mike wirklich gut sind. Also ich hatte meinen Spaß an dieser Fede, aber es ist natürlich jetzt keine große legendäre Fede, die man hier nochmal hervorheben musste. Es gab dieses eine Match, aber auch das war es dann auch erst mal wieder für Roddy Piper dann hier bei der WWF bis zum nächsten WrestleMania. Ja, aber das war grauenvoll. Ich weiß auch, dass ich damals gesagt habe, Du mochtest ja auch Lawler nicht. Also du damals, also die Fede war schon in Ordnung. Die hat sich auch irgendwie logischerweise ergeben. Lawler ja auch eine ähnliche, ja, einen ähnlichen Hintergrund als Kommentator lange, dann als Wrestler ja eigentlich auch eine Wrestling-Legende auch irgendwie ist. Also ich finde, das hat schon irgendwie gepasst. Aber ein Weg, das ist nicht immer unbedingt das Ziel der Weg, sondern der Weg war hier cooler als das Ziel. Ja, du hast gesagt, ein Jahr später war er wieder aktiv zu sehen. Er war dann nach der Fede auch erst mal weg mit Lawler. Und ja, WrestleMania 11, da war er dann nochmal als Referee zugegen im Match zwischen Bret Hart und Bob Beckland. Ja, er hat dann danach noch so ein bisschen als Host bei WWF quasi gedient und hat dann noch ein bisschen, ja, den, den, ähnlich wie wir es heute auch sehen, wenn da die Expertenrunde da sitzt und hat das noch ein bisschen kommentiert. Aber auch das nichts Größeres. Und dann, Shaggy, sind wir im Jahr 96. Und da ist er dann ja tatsächlich noch der Präsident der WWF geworden. Also wenn wir ehrlich sind, also er war sowohl Präsident der WWF als auch Powers to be bei der WCW. Also dem gehört eigentlich das ganze Wrestling-Business irgendwann. Dem gehört das alles. Gut, Präsident ist ja trotzdem angestellt nur gewesen. Es war, es gab da Goelamunzun, den wir ja auch schon mal angesprochen haben, auch mal zu dem Zeitpunkt Präsident der WWE oder WWF. Und der hatte dann eine Attacke kassieren müssen von einem Vader. Da gab es nicht sogar die Vader-Bomb, also den Vader-Splash von der Ecke gegen Goelamunzun, der dann einige Wochen aus dem Schoß geschrieben wurde. Und den hat er dann quasi ersetzt. Den hat er dann ersetzt hier als Präsident. Aber auch da hat er jetzt nicht viele große Fußstapfen hinterlassen, würde ich mal behaupten. Ersetzt hat er auch noch jemanden, der damals auch, ich glaube, suspendiert wurde, zumindest auch eine Auszeit nehmen musste. Und das nicht nur bei WrestleMania, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern auch bei einigen Hausshows. Und zumindest bei einer Hausshow hat er Razer Woman ersetzt und hat gegen die Monster Street Kid gekämpft. Ja, und er hat auch den Ultimate Warrior zurückgebracht, wenn man den Storylines glauben darf. Aber das Wichtigere ist natürlich, dass er hier die Rolle von Razer Ramon dann eingenommen hat, die Position von Razer Ramon eingenommen hat und bei Hausschuss unter anderem den 1-2-3-Kid mehrfach geschlagen hat und gegen den mehrfach gerasselt hat. Und dann kommen wir Richtung WrestleMania. Und da gab es ja dann ein sehr kurzfristig aufgebautes Match gegen Goldust. Ja, er hat auch Razer Ramon ersetzt quasi. Genau, genau. Der war ja eigentlich ursprünglich der Mann, der sich in seiner Machismo gekränkt gefühlt hat von einem Goldust, sollte eigentlich Razer Ramon auf Goldust treffen. Aber Razer war da nicht begeistert von. Also das war auch der Grund, warum er da eine Auszeit hatte. Der wollte das nicht. Und dann hat man einen Wordy Piper genommen und hat ja hier auch, wenn man so will, O.J. Simpson mit eingebaut. Denn diese Autofahrt, du kannst es ja gleich noch mal genau erklären, vielleicht auch was fürs Match of the Week, oder? Es wäre auf jeden Fall mal ganz witzig oder für eine Classic-Review oder sowas. Genau, es gab den Hollywood-Backlot-Brawl und im Vorfeld hieß es ja, dass Rowdy Roddy Piper würde aus Goldust bei WrestleMania 12 endgültig einen Mann machen. Also hier hat man da auch wiederum sehr stark mit diesen Klischees gespielt. Auch da wieder gehörte damals dazu. Ich fand das damals schon super merkwürdig, auch das Ende vom Match, wo er dann ja Goldust nach einem harten Brawl dann im Ring ja quasi die Klamotten ausgezogen hat und da drunter trägt. Goldust dann Frauenunterwäsche so. Hä? What the fuck? Ansonsten war das natürlich ein wilder Brawl, den die beiden da gehabt haben. Und irgendwann gab es dann den Moment, wo die beiden sich draußen in diesem Parkinglot eben geprügelt haben. Goldust steigt in seinen goldenen Cadillac und überfährt Roddy Piper erst mal. Und der steigt dann eben in einen weißen Ford Bronco. Und da gibt es ja Luftaufnahmen, die denen der berüchtigten Verfolgungsjagd von O.J. Simpson damals sehr, sehr ähnlich gesehen hat. Das ist ja eins zu eins. Ja, genau. Aber wie fandst du das damals? Er hat das natürlich nicht verstanden, dass das die O.J. Simpson Verfolgungsjagd war. Wie auch. Hast du das damals direkt verstanden? Nee, ich weiß, dass Carsten Schäfer das, glaube ich, damals so nebenbei so kommentiert hat. Aber wie alt war ich da? Ich meine, das war WrestleMania 12. Das war 96. Diese O.J. Simpson-Geschichte war, meine ich, zwei Jahre vorher. Das heißt, es war 94. Da war ich 14. Ich glaube, da hatte ich anderes im Kopf als so was. Jedenfalls war das auch kein tolles Match. Und das hat sich ja dann durch die ganze Show, durch die ganze WrestleMania gezogen. Also das hätte nicht sein müssen. Aber okay, man hat Piper noch mal hier bei der WrestleMania auf der Karte gehabt. Aber das war es auch erst mal für WrestleMania und für die WWF mit Roddy Piper. Denn es sollte zur Konkurrenz gehen. Ja, genau, er war dann schon wieder weg und ist dann zur Konkurrenz gegangen, Shaggy. Natürlich, die WCW hat damals sehr viele große Namen verpflichtet im Zuge gerade auch der NWO-Storyline. Und da wollte man natürlich auch diese alte Fede zwischen Rowdy Roddy Piper und dem jetzigen Hollywood-Hulk Hogan, ja, die wollte man dann noch mal wieder aufkochen lassen. Und dann gab es das überraschende WCW-Debüt beim Halloween Havoc 96 damals, als Roddy Piper plötzlich aufgetaucht ist. Und ja, da wurde das auch sehr groß gefeiert. Und ich muss dich jetzt mal fragen, Shaggy, wie hast du das denn wahrgenommen damals? Also ich ... Im ersten Augenblick hatte ich mich natürlich gefreut, einen Piper wiederzusehen. Aber auf der anderen Seite war der auch dann schon wirklich zu dem Zeitpunkt auch schon im Grunde über seinen Ziniti hinaus, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Nicht mehr in der besten Verfassung, wurde noch schlimmer. Aber hier war er dann da und hat sich als wieder ein alter Vertreter aus einer alten Zeit der NWO gegenübergestellt. Und die NWO war ja damals eigentlich das Nonplusultra. Also da hatte eigentlich, so dachte man zumindest, niemand eine Chance. Gut, es gab den Sieg hier. Es gab ja auch das Match dann gegen Hogan bei Starcade. Bei dem Große. Ja, aber hier vor allem da, der ist der große Sieg im Main-Event von Starcade, in einem Non-Title-Match übrigens auch. Ja, das ist das, was mich am meisten genervt hat. Entschuldige, wenn ich das Wort falle. Aber ich weiß noch, wie ich damals davor gesagt habe, so, warum ist das denn ein fucking Non-Title-Match? Ein Gewinner da, klar. Ja, Pest Lieber holt auch noch. Pest Lieber holt. Und warum ist denn das ein Non-Title-Match? Und dann gab's ja dann im Anschluss die weitere Storyline. Da hat sich ja dadurch erst ein Titleshot geholt. Also wie doof ist das denn? Und danach kam ja, weißt du noch, diese Vorbereitung auf Super Brawl 7, Shaggy, mit Alcatraz? Das waren diese Vignetten, ja, ja. Das ist auch ganz, ganz, ganz schlimm. Also beschreib du sie mal, weil die sind wirklich schlimm. Ja, Roddy Piper hat sich dann auf Alcatraz, dieser alten Gefängnisinsel, die ja inzwischen, das ist ja kein Gefängnis mehr, sondern das ist ja inzwischen eher so ein Touristen-Hotspot. Aber da hat er sich ja selber eingesperrt für eine Woche, um sich so richtig in Stimmung zu bringen für dieses Match. Also ich weiß auch nicht. Also kann man da so gut trainieren? Ja, wahrscheinlich. Gegen Hogan dann schon. Also wie gesagt, es gab den Sieg bei Starkid der WrestleMania der WCW, muss man, darf man irgendwie anders sagen. Nur um das Match für Super Brawl aufzubauen. Und da hat dann Piper aber eine Niederlage kassieren müssen. Und Piper hat aber die Geschichte gegen die NWO noch nicht beendet. Denn er hat sich dann zusammengeschlossen mit seinem alten Rivalen Ric Flair und dessen Four Horsemen und hat an der Seite der Horsemen quasi eine Zeit gekämpft. Ja, da hat man sozusagen ein Bündnis gebildet. Bei Uncensored gab es dann ein Triangle Elimination Match. Unter anderem dann auch mit dem Team der Horsemen, Chris Benoit, Steve McMichael und Jeff Jarrett gegen die NWO, gegen Team WCW, Luger, Steiner Brothers und The Giants. Piper war dann damals Teil der Horsemen. Er hat verloren, muss man halt so sagen. Und ja, diese Geschichte ging halt eben auch noch ein bisschen weiter. Piper und Flair gegen Kevin Green dann bei Slamboree im nächsten Event. haben dann die Gruppierung der NWO, bestehend aus Scott Hall, Kevin Nash und Six, besiegt. Aber das war alles nicht geil. Dann gab es halt eben noch mal ein Take-Team-Title-Match für Flair und Piper gegen die Outsiders beim Great American Bash. Also man hat hier schon diesen Name-Value natürlich gehabt, das muss man sagen. Aber die Matches waren jetzt allesamt nicht besonders gut. Und wie du richtig gesagt hast, man hat bei Piper auch einfach gesehen, dass da einiges fehlt, so insgesamt, um die alte Stärke wieder rauszubringen, die er damals gehabt hat. Flair und Piper sollten natürlich nicht die Take-Team-Titel gewinnen. Ist ja auch gut in dem hohen Alter, den die beiden hatten. Aber ein paar Jahre später ist es denen bei der WWE zumindest noch mal gelungen. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber aufgrund des Nicht-Gewinnes hier gab es dann tatsächlich auch noch mal eine aufgewärmte Fede. Flair oder die Horsemen haben sich gegen Piper gestellt und es gab ein Match der beiden beim Bash at the Beach. Das hat Piper noch mal gewonnen, aber hat danach wieder eine kurze Aufzeit genommen. Genau. Und war dann erst mal vor einigen Wochen, Monate weg, pausieren und hat dann, als er wieder zurückgekommen ist, auch gesagt, er will nicht mehr ganz so viel wrestlen. Auch Roddy Piper natürlich einer von denen, die Character Control gehabt haben, auch einen leichteren Schedule gehabt haben. Und er hat dann gesagt, ich will weniger im Ring sein. Und er war dann Commissioner von der WCW. Er war noch nicht Powers-to-be, er war nur Commissioner. Und war dann aber als Babyface-Commissioner hier unterwegs. Und noch mal die Fede gegen Hulk Hogan und Shaggy. Dann sind wir nämlich beim Halloween Havoc angelangt. Und 97, muss man dazu sagen. Und Shaggy, das Ding haben wir schon mal besprochen, falls du dich dran erinnerst. Nee, leider nicht mehr. Und diesen absurden Main-Event im Cage-Match gegen Hogan, wo dann auch der Macho Man noch eingegriffen hat. Ja, da kann ich mich leider noch dran erinnern. Leider, aber hört euch das noch mal an. Ich will es nicht noch mal aufwärmen. Nee, 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 das war schlimm. Das war ganz schlimm. Ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt hatte. Ja, es ist alles ... Also, ich mochte diese Zeit von Piper bei der WCW gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, der hat da nicht mehr reingepasst. Er wirkte damals schon wie ein altes Eisen zwischen ganz vielen anderen alten Eisen, obwohl er noch immer diesen wilden Piper-Charakter dargestellt hat. Aber er hat für mich da nicht reingepasst. Ging's dir da genauso, Shaggy? Absolut. Also, die Matches an sich, wenn man die liest, das liest sich ja groß. Aber irgendwie passt das da nicht, oder? Nee, wie gesagt, das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Er hat auch nicht mehr in die Zeit gepasst. Und er war auch wirklich nicht ... Das waren wirklich keine guten Matches. Also, die Fäde mit Hogan, die gingen ja noch weiter. Also, es gab ja jetzt hier noch ein Match der beiden. Bei Nitro, was übrigens Piper durch diese Faktion gewonnen hatte. Bei Spring Stampede ein Tag-Team-Match mit dem Giant an seiner Seite gegen Hogan und Nash in einem Baseball-Bat-on-a-Pole-Match. Auch legendär, schlecht, muss ich sagen. Bei Slambory hat er noch mal einen Auftritt als Special-Guest-Referee gehabt in der Geschichte mit Randy Savage und seinem Fast-Cousin Bret Hart, der ja dann auch jetzt bei der WCW angekommen war. Und mit dem sollte er auch noch mal eine Geschichte haben. Ja, es wurde ja dann auch noch mal geteamt. Also, Savage und Piper gegen Hogan und Hart dann auf dem weiteren Weg. Dann Piper gegen Savage natürlich, was Piper dann gewinnen konnte. Piper und dann mit Dallas Page gegen Sting und Lex Luger dann im weiteren Verlauf. Und man hat jetzt hier quasi alle Möglichkeiten durchgenommen und hat dann immer wieder versucht, die großen Namen irgendwie in die NWO-Geschichte mit reinzuwürfeln. Natürlich war das dann auch die Zeit, wo der Ultimate Warrior zur WCW dazugestoßen ist. Und Roddy Piper, Diamond Dallas Page und der Warrior sind ja dann bei Fall Brawl in den legendären Wargames auf Team NWO unter anderem auch getroffen. Auch das war jetzt nicht so wirklich geil. Team WCW. Wer stellt sich ... Also, Diamond Dallas Page, okay. Aber Roddy Piper und der Warrior als Team WCW gegen ... Wir hatten ja dann zwei NWOs hier dabei. Also, wir hatten NWO Hollywood, das war ein Hollywood-Hogan, Fred Hart und wer passt an die Seite von diesen beiden Legenden? Niemand geringeres als Stevie Way gegen das Wolfpack, Nash, Sting und Luger. Also, hier ein Stevie Way in einem Match mit all diesen Legenden auch ganz, ganz strange. Also, auch kein gutes Match dieses Wargames mit eines der schlechtesten Wargames-Matches. Da schaue ich mir lieber noch mal den Dungeon of Doom in den Wargames an. Ja, also, nee, das ging gar nicht. Ich kann mich da ... Mein Bild, was ich da jetzt vor Augen habe, wenn ich über dieses Match spreche, ist, wie sich der Ring mit Nebel füllt, weil der Warrior ja den Ring betreten muss. Und ganz, ganz, ganz furchtbar. Und natürlich dieses Match auch ganz traurig, weil natürlich sich bei diesem Event sich auch der British Bulldog sehr schwer verletzt hat, weil er ja auf diese Klappe gestürzt ist, durch die der Warrior dann in den Ring kommen sollte. Ja, auch das sollte man nicht vergessen. Das stimmt, auch eine schlimme Geschichte. Für Piper soll das trotzdem noch mal weitergehen. Ich hab's vorhin schon mal angesprochen gehabt, die Geschichte mit Bret Hart ging auch weiter. Und die beiden hatten ein Match gegeneinander. Und er hat's geschafft, sich Bret Hart den United States-Titel abzunehmen. Also, das war auch echt krass. Ja, für zwei Wochen, ja. Dann hat er gegen Scott Hall wieder verloren. Ähm, dann gab's ne, ja, so ne, so ne, so ne, so ne, so ne, so ein, so ein, so ein, so ein Machtvakuum quasi und eine Machtfehle gegen Vince Russo, ähm, der damals ja hier powers to be gewesen ist. Ähm, ähm, Piper dann aber auch schon auf, äh, Abwägen unterwegs. Ach, Shaggy, wieder gegen Flair. Flair, Savage sollte dann noch mal kommen. Also noch mal ne Fede mit Savage und seinem neu gegründeten Team Madness. Ähm, also, äh, die Damen um, um Savage herum. Ähm, Flair, äh, die Fede ging noch länger. Man hat sich über mehrere Pay-Per-Views irgendwie noch, ähm, noch, ähm, gezogen. Und dann gab's ja natürlich auch noch mal dieses Boxing-Match, was auch ganz schlimm. Erinnerst du dich an das Boxing-Match? War's Bash at the Beach? Ich glaube, Bash at the Beach in dem Jahr. Oh ja, 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 ja. Gegen Buffback, auch ganz schlecht, ähm, mit Mills Lane. Das war, ja, ein bekannter, äh, Boxer, ähm, der da als Special Guest Referee auch total fehl am Platz war. Ähm, auch, auch ganz schlimm. Und, ähm, noch mal das, was er auch häufig gemacht hat. Er war noch mal Special Guest Referee, ähm, bei Starcade zwischen Goldberg und Hart. Genau, und wurde da von Vince Russo dazu gezwungen, dass er hier quasi Bret Hart, ähm, ähm, nein, Goldberg betrügt. Also quasi wieder so eine Montreal Screwjob, äh, Reverse-Geschichte. Alles nicht gut, alles nicht gut. Wir sind jetzt hier auch wirklich im Jahr 2000. Da ist auch, äh, sehr wenig in der WCW gut, muss man dazu sagen. Und Piper hat, also, es ist eine spannende, äh, Frage, ne? Also, diese Fede zwischen Piper und dem Power-to-Be, die, die endet, ähm, dann im weiteren Verlauf. Er ist dann noch mal Überraschungs-Special-Referee, ähm, bei einem Match zwischen Sid Vicious, Jeff Jarrett und Scott Hall. Ähm, alles nicht besonders wichtig, wenn man ehrlich ist. Und danach ist der WCW-Vertrag von ihm auch ausgelaufen. Aber, Shaggy, dieser WCW-Run, hat der der WCW geholfen? Hat das Aufmerksamkeit kreiert? Also, ich glaube schon. Ich glaube ja schon, weil das ist ja wirklich ein großer Name. Man hat hier die großen Konterenten, äh, von Westmania 1 noch mal gegeneinander gehabt mit Hogan. Man hat die alte, legendäre Fede mit Ric Flair auch noch mal heraufbeschworen. Ähm, Wendy Savage ist auch ein alter Weggefährter von ihm gewesen. Man hat ja hier schon große Namen auch gegeneinander gehabt. Wrestlerisch hat das der WCW natürlich nicht geholfen. Aber ich glaube schon, dass dann viele alte Fans auch hier, ähm, noch mal dazugekommen sind, einen Piper noch mal zu sehen. Ich glaube schon. Ähm, aber insgesamt, was die Geschichten und die Matches angeht, da hat's der WCW natürlich nicht geholfen. Ja, und also seine, seine aktive Karriere, die, äh, endet dann eigentlich hier auch. Und, äh, wie gesagt, er auch jemand, der, der gesundheitliche Probleme gehabt hat, ähm, aufgrund der Matches und der Vielzahl der Matches, die er natürlich über die Jahre bestritten hat. Und, ja, er hat dann noch mal nach dem Abgang der, bei der, bei der WCW, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, war er noch mal ganz kurz bei, äh, bei der XWF, also Excitement Wrestling Federation, war da noch mal, ähm, Commissioner hat da noch mal, äh, hat auch noch mal eine Autobiografie geschrieben, natürlich, Pit with Piper, Roddy gets Rowdy. Uiuiui, ähm, alle, alle Catchphrases in einem. Muss ich sagen, hab ich nicht gelesen. Shaggy, hast du es gelesen? Ähm, ich hab's nicht gelesen, nee. Hab ich leider nicht gelesen. Ähm, noch nicht dazu gekommen. Ja. Und dann ist er ja 2003 noch mal zur WWF, äh, gestoßen, WWE gestoßen und da natürlich hat er in die Fede von Hulk Hogan und Vince McMahon bei WrestleMania 19 eingegriffen und hat hier plötzlich Hogan, also er tauchte plötzlich im Ring auf als maskierter Mantelträger und hat dann Hogan mit einem Stahlrohr, äh, attackiert, hat ihn niedergeschlagen. Ähm, Hogan hat trotzdem gegen Vince McMahon damals gewonnen und Piper wurde dann Manager. Von Sean O'Hare, lieber Shaggy. Ja, Sean O'Hare hat ihn sogar, also nicht nur Manager, sondern auch wirklich, er hat in ihm einen kommenden Star quasi gesehen, das war seine Rolle und Sean O'Hare, das war schon jemand, der hatte einen geilen Look, also ich hätte auch mehr von Sean O'Hare erwartet, jemand, den wir damals auch gedacht haben, der könnte echt ein Star werden. Und da gab's ja dann auch diese legendäre, ja, ähm, auch Interview-Vignette, ähm, wo es auch die Kokosnuss wieder zum Einsatz kam in der Geschichte für Sean O'Hare und zwar in der Geschichte, äh, mit Rikishi, der dann die Kokosnuss auch nochmal abbekommen hat. Ähm, ein weiterer Inselbewohner, sagt man das so, das ist ein bisschen krass, oder? Äh, der, der die Kokosnuss abbekommen hat, ähm, und, äh, da gab's eine kleine Fede mit Rikishi, aber letzten Endes gab's dann tatsächlich nochmal eine Geschichte mit Hulk Hogan. Was, Hulk Hogan? Das war doch nicht Hulk Hogan, Shaggy. Naja, sagen wir mal so, die einen sagen so, die anderen sagen so, äh, Mist, ich wollte grad Captain America sagen, Mr. America, äh, ein maskierter Wrestler, ähm, der Hogan körperlich doch sehr ähnlich gesehen hat, vielleicht war's auch Horst Hogan. Vielleicht, vielleicht, nein, genau, also der steckte dann hier in der Fede mit, äh, mit Mr. America, Hulk Hogan war ja damals verbannt, ähm, aus der WWE und wir hatten dann die bösen Buben hier mit Piper, O'Hare und McMahon und, äh, bei, äh, Mr. America, da fällt natürlich auch die Geschichte mit Zack Gown einem wieder ein, wo, ähm, der gute Piper hier, Zack Gown, das die Beinprothese abgenommen hat und, äh, äh, damit, damit, äh, äh, attackiert hat, ähm, Zack Gown damals als großer Hogan-Fan ja anwesend. Ja, Piper auch nochmal im Ring im weiteren Verlauf gegen, äh, Mr. America, Piper und O'Hare auch nochmal, äh, im Tag-Team aktiv und haben sogar damals, die damaligen Tag-Team-Champions Tajiri und Eddie Guerrero herausgefordert, aber, Shaggy, da muss ich sagen, also, das war, das war, das war traurig. Ja, keine, äh, wirklich tolle Geschichte, die hätte man auch nicht unbedingt so sehen wollen, aber es ist so, wie's war, also, ich mein, es ging ja dann nochmal, das war dann erstmal das Ende wieder bei der, äh, WWF und dann ging es nochmal in eine noch unrühmlichere Geschichte, ähm, zu TNA damals. Ja, auch bei TNA war's ja, äh, ganz, äh, ganz, äh, ganz, ganz ähnlich und da gab's ja auch noch dieses ... Ich fand's schlimm, schlimmer auch noch, ich weiß nicht, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber es gab ja da diese, äh, er tauchte ja auf und hat sich direkt Vince Russo gegenübergestellt und da gab's ja diese Promo, wo ein, ähm, ein Roddy Piper, äh, Vince Russo, äh, beschuldigt hat, äh, also, mitverantwortlich für den Tod von O'Hare zu sein und das war schon auf mehreren Ebenen einfach ein unwürdiges Segment, ein unrühmliches Segment und ein Segment sehr fürs Fremdschämen. Also, ich glaub, dafür hat sich an Piper im Nachhinein dann auch geschämt, tatsächlich. Ja, generell natürlich die ganzen Segmente. Es gab ja dann auch nochmal einen Rückgriff auf die, äh, Fäde mit Jimmy Snooker, wo, äh, Piper ihn aufgefordert hat, ihm jetzt endlich eins mit der Kokosnuss drüber zu hauen und, äh, Jimmy Snooker hat sich dagegen gewehrt. Man hat dann ja aus den Pipers Pit, The Pit with Piper gemacht. Boy, oh boy, ja, das war alles, das war alles nix. Das war alles nix, muss man hier so, äh, ganz klar sagen. Er hat dann noch ein paar weitere Auftritte gehabt, wo er dann auch nochmal Referee gewesen ist, unter anderem gegen ein Match, äh, zwischen Jeff Hardy und Scott Hall, wo er Jeff Hardy unterstützt hat. Aber das waren wirklich dann auch eher die traurigere Zeiten und man hat auch gemerkt, dass es auch ein Roddy Piper damals, ähm, nicht besonders gut, äh, gegangen ist. Also er wirkte, ich finde, gerade auch in dieser Zeit dann immer wieder sehr krank. Du hast auch gemerkt, dass er sich körperlich verändert hat, ähm, hat massiv zugenommen, was auch, äh, aufgrund von Erkrankungen der Fall gewesen ist. Und das hat man dann ja auch im weiteren Verlauf gesehen, weil er dann ja, ist ja dann nochmal, ähm, bei der WWF, beziehungsweise WWE dann ja schon, ähm, zurückgekommen, Shaggy, und war dann ja sogar nochmal Tag Team Champion. Ja, war nochmal Tag Team Champion. Also er ist ja nochmal zurück, er ist erstmal in die Hall of Fame aufgenommen worden, das kam ja davor noch. Und, ähm, es gab ja wenig Hall of Fame, mit denen wirklich nochmal in den Ring gestiegen sind. Er hat das nochmal gemacht. Gab bei WrestleMania 21 nach dieses, äh, noch ein Interview mit Steve Austin, also quasi, äh, Pipers Pit, ähm, ähm, mit, mit Steve Austin als Gast. Ähm, es gab dann nochmal, ähm, ja, einen Angriff, äh, auch bei einem, bei einem Pipers Pit von Shawn Michaels. Es gab es den Superkick, ähm, von, von, von gegen, gegen Piper. Also auch da hat man nochmal kurzzeitig den, den Heal-Persona Shawn Michaels nochmal, äh, kurz gebraucht und hat man einen Piper hergenommen, um halt quasi hier den Shawn Michaels nochmal klar als Heal in der Geschichte damals darzustellen. Es gab auch noch eine Geschichte mit seinem alten Weggefährten, Bob Orton, und seinem Sohn, Wendy Orton. Also die hatten ja auch nochmal, ähm, ein Handicap-Match gegeneinander. Ähm, und dann, äh, gab es auch nochmal, äh, äh, ja, Matches mit den Highlanders, unter anderem gegen die Spirit Squad zusammen, ähm, und er hat unter Rick Flair nochmal unterstützt gegen die Spirit Squad, und dann haben sich die beiden auch zusammengetan, Rick Flair und, 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 und Woody Piper, und haben bei Cyber Sunday sind sie gewählt worden als, als Gegner, das war damals ja interaktiv, äh, und haben sich tatsächlich da nochmal die Tag-Team-Gürtel geholt, oder erstmalig zusammen hier die Tag-Team-Gürtel geholt, und haben sie dann aber kurze Zeit später an Weighted RKO verloren. Man muss natürlich dann an der Stelle auch nochmal betonen, dass er jetzt zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, auch schon gesundheitlich wirklich schwer gebeutelt gewesen ist, ne, also der, äh, hatte ja nicht nur schon deutlich früher diverse Operationen, also, ähm, die Hüfte, die gemacht worden ist zum Beispiel, sondern er ist ja auch, äh, 2006 an einem, äh, Hodgkins-Lymphom erkannt, also an einem Tumor in seiner Wirbelsäule, und das hat man ihm dann auch im späteren Verlauf wirklich angesehen, und, ja, so richtig geil war das natürlich dann nicht mehr, was wir da gesehen haben, wir haben gesehen, dass er dann auch, äh, massiv an Masse, Körpermasse zugenommen hat, dass er einfach nicht mehr wirklich gesund war, das hat man ihm mal angesehen, und das hat's für mich sehr schwer gemacht, ihn dann wirklich noch aktiv im Ring mir anzuschauen, also, weil man einfach gesehen hat, dem Mann geht's nicht 100 Prozent gut, der ist nicht wirklich gesund, der macht das hier, weil es seine Leidenschaft ist und weil er das liebt, was da passiert, aber man hat eben auch gemerkt, dass der da schon, ähm, was seine Krankheitsgeschichte angeht, ordentlich was mit sich herumzutragen hat. Ja, so richtig, äh, geil war das alles nicht, ne, da hatten wir auch die Legenden natürlich noch mal gehabt, äh, mit Dusty Rhodes und Sergeant Slaughter, ähm, ich weiß auch, dass, also, die waren dann ringside, die waren auch zur, äh, zustande auch zur Wahl, ne, so richtig, so richtig geil war das, ähm, nicht, und, ähm, wenn wir jetzt auch weitergehen, ähm, klar, hat er dann immer noch mal eine Rolle gespielt, er war noch mal beim Royal Rumble mit dabei, äh, 2008, wo er und Jimmy Snooker dann auch dabei gewesen sind, ähm, von Kane eliminiert worden sind, wo man aber auch gesagt hat, so, pff, also, ich hab eher Angst gehabt, dass die beiden sich was brechen, wenn sie aus dem Ring fallen, als alles andere, also, die waren dann nicht mehr in der Position, äh, solche Sachen eigentlich, äh, anzustellen, ähm, es gab noch, er war dann, auch da wieder, ja, drauf, bei Sabah Sunday war er noch mal, ähm, zugegen und dann haben wir natürlich noch die Fede mit Chris Jericho gehabt, Chris Jericho, der sich im Jahr 2009 mit den Legenden angelegt hat und dann dieses ominöse Handicap-Match, was wir dann bei WrestleMania 25 gesehen haben, ähm, mit Piper, Snooker und Ricky Steamboat gegen Chris Jericho, Mickey Rourke at Ringside, dürfen wir auch nicht vergessen, und dieses Match, das hat man vor allem deswegen im Gedächtnis, weil Ricky Steamboat da noch mal zeigen konnte, dass er für sein Alter noch einiges im Tank hatte, während, das klingt jetzt so böse, während Piper und Jimmy Snooker das genaue Gegenteil waren, oder? Also, da haben sehr viele den Absprung nicht gefunden und, ähm, Roddy Piper gehörte leider dazu, das muss man, glaube ich, hier so klar sagen, oder? Ja, ist der aber, klar, auf jeden Fall, aber in Ricky Steamboat, wie du es gesagt hast, ist der wirklich herausgestaunten Match, führte ja noch mal zu einem Single-Match mit, 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 ähm, und Jericho, einfach, weil der auch es noch drauf hatte, und der hat einen würdigen Abschied gehabt, auf jeden Fall dann im Ring, und Piper, der, da war man einfach froh, wenn man ihn nicht mehr im Ring sehen musste, der war körperlich wirklich am Ende auch, und das waren einfach nicht mehr gut. Ja, war auch noch mal eine Fede mit Randy Orton hier zugegen, ähm, einige andere Segmente, äh, wo er dann auch noch mal dabei gewesen ist, Also, er hat, ähm, Wendy Richter in die, ähm, Hall of Fame, ähm, eingeführt und hat sie da, hat sie da entsprechend aufgenommen, ähm, auch wegen der gemeinsamen Vergangenheit, ähm, er war noch mal bei Raw dabei, er war noch mal bei einem Segment mit, ähm, Zack Ryder dabei. Ah, Shaggy, die Kokosnuss, die Kokosnuss erneut übrigens auch. Genau, noch mal die Kokosnuss, es gab auch im späteren Verlauf noch mal das ein oder andere Piper's Pit, ähm, äh, gibt's da noch irgendwelche Momente, die dir jetzt hier besonders, äh, einfallen würden, Shaggy? Na, es gab noch ein paar, auf jeden Fall ein paar Momente, die ich tatsächlich noch ansprechen würde. Es gab beinahe ein weiteres Piper's Pit, das muss aber jetzt schon 2012 oder so gewesen sein, mit, mit Danny Bryan, HLE, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was es aber auch gab, war ein Piper's Pit mit The Shield unter anderem, das gab's auch später noch mal. Und es gab auch noch mal die, äh, Wiedervereinigung bei WrestleMania 30, äh, in einem Backstage-Segment zwischen Piper, Arndorf Hogan und Mr. T, die sich dann auch noch mal Backstage, äh, die Hände gegeben und geschüttelt haben und so quasi die alte Fede, die 30 Jahre zuvor, ähm, stattgefunden hat bei WrestleMania hier noch mal final zu beenden. Ja, also, ähm, eigentlich hat Roddy Piper, das, das würde ich jetzt mal so sagen, was hier auf jeden Fall fehlt für jemanden, der so eine lange Karriere, äh, hinter sich gehabt hat, ist wirklich dieses eine große Match zum Abschluss. Also, er gehört auch wieder zu den Wrestlern, die eigentlich keinen richtig großen Farewell bekommen haben von ihrer aktiven Karriere, oder? Ja, also, sein, äh, sein letzter offizieller Auftritt war quasi, äh, war quasi, ähm, in Piper's Pit mit Rusev und Lana und er hatte später noch mal, hatten wir ihn noch mal Backstage gesehen bei, bei Daniel Bryan-Segment, als er den Intercontinental-Titel gewonnen hat, aber das war tatsächlich sein letzter Auftritt, ähm, vor Kameras für die WWE oder insgesamt im Wrestling. Ja, und er ist dann, äh, er hat ja dann im weiteren Verlauf auch sehr oft mit, äh, gesundheitlichen Problemen, ähm, zu kämpfen gehabt, also, wir haben schon angesprochen, er war da nicht besonders, äh, er hat sich körperlich verändert, das hat man gesehen, er wirkte auch hier und da, ähm, geistig abwesend, und, äh, 2006 gab's ja, gab's ja auch schon, ähm, die Meldung, dass er, dass er an Krebs erkrankt gewesen ist, das hat man, das, äh, hat man gesehen, Hodgekins, Hodgekin-Lymphom damals, das hat er, ähm, besiegen können, aber dann am, ähm, 31. Juli 2015 wurde er tot in seinem Haus in Hollywood, äh, aufgefunden und, ähm, er hat, ähm, im Schlaf einen Herzinfarkt erlitten und, ähm, ja, er hinterlässt seine Ehefrau Kitty und vier Kinder. Ähm, traurige, traurige Geschichte, vor allem, wenn man sich die Kommentare, äh, von, ähm, seiner Kinder, äh, anhört, über, über ihren Vater, das ist wirklich, äh, herzerwärmend. Es gibt eine, eine relativ aktuelle Dokumentation über ihn, wo sie eben darüber sprechen, dass er eigentlich seinen Kindern genau das bieten wollte, was er damals nicht gehabt hat, also Sicherheit, Liebe, Nähe, ähm, all das, was er eben früher nicht bekommen hat und weshalb er diesen harten Weg gegangen ist, den er gegangen ist und seine Kinder beschreiben wirklich nur als den besten Vater der Welt und man sieht dann auch, ähm, Aufnahmen, so alte Home-Video-Aufnahmen, wo er dann nach Hause kommt von einer langen Reise und hat dann all seinen Kindern Geschenke mitgebracht und die freuen sich darüber und er war wirklich auch jemand, der, ähm, sehr, sehr liebevoll zu seinen, äh, zu seinen Kindern gewesen ist und ist auch jemand, der einfach viel zu früh gestorben ist, ne, mit 61 Jahren zu sterben, ähm, an einem plötzlichen Herzstillstand sicherlich auch, natürlich bedingt durch den Lebensstil, den er gefahren ist, die, die, das, das harte Leben, die harte körperliche Arbeit im Ring, ähm, dann auch teilweise natürlich der, der Lebensstil, also er war auch jemand, der, ähm, hier und da auch Drogenprobleme gehabt hat, der Alkoholprobleme gehabt hat, wenn auch nicht in dem Maße, wie es andere gehabt haben, aber Shaggy trotzdem ist jemand, der viel zu früh gestorben ist mit 61 Jahren. Auf jeden Fall auch, aber dem hat sicherlich auch, wie du's gerade gesagt hast, äh, die, äh, ja, die, 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 das Leben als Wrestler und was zu dem Zeitpunkt auch noch dazugehört hat, ähm, definitiv auch, ähm, sicherlich daran gehindert, noch älter zu werden, das kann man aber so offen, glaube ich, und muss man, glaube ich, so offen auch sagen. Du hast deine Kinder angesprochen, vielleicht erwähnenswert noch, dass seine Tochter, ähm, ja, unter dem Namen Teal Piper auch, ja, aktiv ist im Wrestling-Business, aktiv sogar auch schon bei AEW gesichtet war, 2019 bei All Out hat, war sie in der Casino, Damen-Casino Battle Royale dabei, ähm, ansonsten keine weiteren großen Auftritte, aber bei Women of Wrestling hat sie wohl, ähm, ja, mittlerweile einen Vertrag und wird da dann auch aktiv sein, ähm, das ist ja auch die große Damen-Westing-Liga, die wohl für Voraussorgen soll mit Leuten wie auch AJ Lee in der Hinterhand und auch eine Tessa, äh, Planchard, die hier auch aktiv ist, also mal schauen wir, ob wir von Teal Piper noch was hören werden. Mal schauen, ähm, Shaggy, Abschluss, äh, Plädoyer wollte ich schon fast gerade sagen, ähm, welche Fußstapfen hinterlässt ein Rowdy Roddy Piper? Ja, ist definitiv, vielleicht nicht im Ring, wobei wir das Match mit Bret Hart sicherlich auch nochmal hervorheben, müssen auch das mit Craig Valentine, wenige richtig verdammt gute Matches, die er hatte, aber am Mikrofon einfach eine Legende, einer der größten Talker, ähm, gerade in der Heat-Zeit, die es je im Wrestling-Business gab, es gibt wenige, die an ihn heranreichen, was die Qualität am Mikrofon angeht, die Art und Weise auch zu improvisieren, auch zu interagieren mit dem Publikum und auch seinen anderen Wrestling-Kontrahenten, die ihm da auch immer begegnet sind, also am Mikrofon nahezu unschlagbar, einer der Besten und, äh, rein vom Charisma und von dem, was er sagen kann, sicherlich einer der größten Wrestler aller Zeiten. Ja, äh, jemand, der prägend gewesen ist für eine ganze Generation an Heel-Wrestlern, die sich da an ihm eine, ähm, ein Vorbild genommen haben und dem nacheifern wollten, jemand, der auch gezeigt hat, dass nicht unbedingt der beste Wrestler und die flashiest Moves entscheidend sind, sondern dass auch sehr oft Herz, Einsatz und vor allem auch Charisma mit zum Dasein eines Wrestlers gehört. Jemand, der aber auch einen sehr steinigen Weg gegangen ist, ähm, der auf die harte Art gelernt hat, wie man im Wrestling Fuß fasst und jemand, der mit Sicherheit auch mit dafür verantwortlich ist, dass, ähm, WrestleMania so ein großer Hit geworden ist. Klar, Hogan ganz vorne weg und ganz viel natürlich auch die, ähm, Rock'n'Wrestling-Connection, aber du brauchst auch ein entsprechendes Gegenstück dazu und da war ein Rowdy Roddy Piper mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, absolut wegweisend und absolut wichtig und er ist, wie ich finde, auch einer von den Wrestlern, ja, die liebt man zu hassen, oder? Also ich hab immer das Gefühl gehabt, wann immer er in den Ring gekommen ist, ähm, dass die Zuschauer, die wollten ihn halt ausbuhen, aber zugleich haben sie halt auch gesagt, ach so, Mensch, der unterhält uns auch verdammt gut. Klar, ähm, ganz, ganz früher war das anders, da, da haben die Leute das anders gesehen, aber ich finde, dass ein Rowdy Piper immer so einen ganz eigenen Stil gehabt hat, so eine, so eine, so eine herbe Art und Weise, dass man ihn zwar gehasst hat als Heel, aber dann eben auch trotzdem sehr unterhaltsam gefunden hat einfach. Ja, einer der ersten wirklich coolen Heels, kann man da so ohne Zweifel auch so sagen. Und, ähm, jemand, der wirklich große Fußstapfen im Wrestling-Business hinterlassen hat, du hast gesagt, er gilt als Vorbild für eine ganze Generation an Wrestlern. Gerade ein MJF, den muss man da auch immer sagen, der erinnert in vielen Zügen manchmal an einen Rowdy Piper. Er hat, glaube ich, viel auch von ihm gelernt, indem er sich die alten Videos angeschaut hat. Ich glaube schon, dass das tatsächlich so das Abbild seines Charakters so ein bisschen auch ist in einigen Bereichen. Also, ähm, ein Rowdy Piper, der hat viele Wrestler geprägt, einfach aufgrund seiner wirklichen Qualität der Mikrofon. Ja, und hat für legendäre Momente gesorgt und hat auf jeden Fall dafür, hat auf jeden Fall dem Wrestling seinen Stempel aufgedrückt über viele, viele Jahre. War auch jemand, der immer mal wieder eine Auszeit genommen hat, wie wir es jetzt schon richtig angesprochen haben, aber trotzdem jemand, den wir alle nie vergessen werden und der leider viel, viel zu früh von uns gegangen ist. Ähm, witzige Anekdote zum Schluss, von wegen hier, äh, Unterscheidung zwischen Charakter und echter Person. Seine Kinder, ähm, haben auch erzählt, dass gerade als sie aufgewachsen sind und noch klein gewesen sind, dass sie, äh, äh, sich Sorgen darum machen mussten, äh, was, was passiert, weil, wenn, wenn ihr Vater wieder irgendwas Schlimmes angestellt hat, ne? Also, dass wohl teilweise sogar der, der Lehrer zu ihnen gesagt hat, Mensch, also, das, was euer Vater da im Fernsehen anrichtet, das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit, ne? Finde ich ganz witzig. Ähm, naja, Shaggy, ähm, das war unser Karriere-Podcast über Rowdy, Rowdy, Piper. Ja, ähm, schöner Podcast, schön, endlich mal über ihn auch mal sprechen zu können. Ähm, schön, dass ihr, liebe Hörer, euch für ihn entschieden habt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig, ähm, als euch frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch, oder? Ja, guten Rutsch noch nicht, wir sind zwischendurch noch mal da, aber zumindest, äh, frohe Weihnachten auf jeden Fall an der Stelle. Da ist ja Rowdy Piper auch ganz groß drin, wenn wir uns an diese, kennst du noch diese Vignette, wo er vor diesem brennenden, äh, Kamin steht und alles ist weihnachtlich geschmückt und wo er der, der WWF-Universum damals frohe Weihnachten wünscht? Ja. Ja, mochte ich. Stellt euch Shaggy und mich jetzt vor, an einem Kamin mit einer Tasse, äh, was trinkt man so an Weihnachten, Shaggy? Bier. Ich dachte, Eggnog oder sowas, na gut. Irgendwas mit Alkohol, ich würde, also, ich würde auch gerne jetzt einfach ein Weinchen, wir lassen uns mal wieder einfach ein Weinchen jetzt trinken. Können wir jetzt sowieso machen. Ja, es, es, wenn wir es aufnehmen, ist es jetzt die 12 Uhr mittags, es wird Zeit für einen Wein, ähm, warum auch nicht? Nein, an der Stelle, äh, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr schön, hier über Rowdy Piper zu sprechen, weil der war auch einer meiner, meiner, äh, absoluten Lieblinge, ähm, zu der Zeit und da war ich auch wirklich traurig, dass ich da nicht mehr von ihm gesehen habe, gerade auch was die Hochzeiten als Bösewicht angeht, ähm, war auf jeden Fall jemand, der auch für meinen Wrestling-Geschmack da extrem, äh, prägend gewesen ist und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, hier mit dir, Shaggy, zu plaudern. Ja, frohe Weihnachten, ho, ho, ho. Genau, frohe Weihnachten, ähm, und wir haben in der kommenden Woche, werden wir, äh, 2x5 auf dem Programm haben, wir werden das Match of the Week für Supporter auf dem Programm haben, wir haben die Classic Review mit Mello und Mia auf dem Programm und natürlich am kommenden Sonntag gibt es hier den Jahresrückblick 2021, ähm, da werden wir dann nochmal auf das Jahr entsprechend zurückblicken. Und in dem Sinne sage ich, frohe Weihnachten, genießt die ruhigen Tage, vielleicht auch mal ein bisschen Headlock zwischendurch und, ähm, ja, habt eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.